Der König ist tot, lang lebe der König. Und damit herzlich willkommen zu einer baldigen neuen Ära von Warhammer 40k. Und damit wir natürlich euch unseren geistigen Dünnpfiff dazu mitteilen, habe ich mir drei Werterecken aus der Bruderschaft, aus der Ordensbruderschaft des Adeptus Stammtisch geholt. Und das sind auf der einen Seite, ich mache es anhand der Reihenfolge ihrer Novizenschaft oder auch ihres Adeptentums. Christian. Moin, moin. Der Florian. Hallo. Und Henry. Hallo. Oh, das ist gut, oder? Voll die Ohrenstrukturen und so. Dass der Kodex Stammtisch ist oder so. Stammtates. Ja. Es soll heute um die zehnte Edition von Warhammer 40k gehen, beziehungsweise das, was es bisher davon gibt, was wir dazu denken und was wir uns vielleicht auch ein bisschen erhoffen davon. Und wir wollen mal so unsere Ansichten dazu teilen. Bevor wir das aber machen, reden wir natürlich über Getränke. Und da fange ich jetzt einfach von unserem jüngsten Novizen an. Henry, was trinkst du? Leitungswasser. Mit Sprude aber. Oh, oh, oh. Wir wollen ein bisschen Variation reinbringen. Krass. Florian, kannst du dieses Genusserlebnis torpedieren? Ich bin gerade kurz ein bisschen überfordert. Also Leitungswasser mit Sprudel heißt, du hast einen Sodastream oder hast du eine Leitung mit Sprudelwasser? Darf man Sodastream sagen? Das darf man sagen. Den habe ich es hiermit gesagt. Das klingt halt einfach nach einem Wasser-Pokémon. Aber egal. Florian, was trinkst du? Ja, ich bin natürlich bei meinem klassischen schwarzen Kaffee, wie es sich zu den Abends gehört. Oh, ist der etwa Fallen schwarz? Sehr schön. Christian. Ja, ich bin bei Eistee heute. Pfirsich von Wolby. Oh, der ist super. Der ist sehr, sehr gut. Ja, ich habe heute auch ein Eistee hier. Und zwar Solevit von Lidl. Ich bin mal gespannt, wie der schmeckt. Gib gerne Sippenmelde. Mache ich. Richtige Eistee-Kondisseure hier. Ja. Ich habe auch gehört, der Eistee wird besser, wenn du das Glas ein bisschen schwenkst. Aha, oh. On the rocks oder einfach so. Ja, I see what you did there. Okay. Warhammer 40k, 10. Edition. Wir hatten in der vergangenen Woche, am Donnerstag, gab es ja den Big Reveal, Hashtag 40k, New 40k, whatever. Und sie haben uns ja vorher schon quasi das, was jeder wusste, bestätigt. Dass die 10. Edition von Warhammer 40k kommt und dass es sich um eine erste Box handeln wird mit Space Marines und Tyraniden. Ich würde erst mal darauf angehen wollen, was wir schon wissen und dann so ein bisschen in den theoretischen und philosophischen Teil. Genau. Hat euch das, also jetzt mal Butter bei die Fische, hat euch das überrascht, dass es eine Box mit Space Marines gegen Tyraniden geben wird? Christian, hat dich das überrascht? Also Space Marines auf jeden Fall nicht. Wann gab es das letzte Mal eine Box ohne Space Marines? Tyraniden, tja, gute Frage. Also überrascht nicht. Tyraniden, so in meiner Erinnerung, sind ja bei Xenos auch ganz gut weggekommen die letzten Jahre, was neue Modelle angeht. Da geht es jetzt ein bisschen weiter. Also ich finde es okay. Vielleicht nicht der neue große Feind, den ich gesehen, gerne gesehen hätte, aber auch nicht uninteressant. Ja, wie geht das dir, Henry? Naja, das sind ja keine Orks. Ah, Punkt. Ende des Podcasts. Danke, dass ihr, vergesst das Like nicht und so. Natürlich hätte ich die aus persönlicher Sicht lieber gesehen, aber Tyraniden habe ich auch ein bisschen angefangen zu sammeln, so ist es nicht. Also ich freue mich drüber, die zu sehen. Ich finde das nicht schlecht. Ein bisschen hat man es ja auch kommen sehen. Und ja, wenn ich mir die alten Oramaganten, die ich vor einem Monat oder so mal ein bisschen zusammengebaut habe, anguckt, weiß ich nicht. Ein bisschen Updates sind, glaube ich, erstmal nicht schlecht. Und naja, was heißt großer Feind? Die sind, glaube ich, immer ein großer Feind. Wer weiß, wie groß sie wirklich sind. Also irgendwann muss man sich, glaube ich, mit denen befassen. Und warum nicht in der Zehnten? Ich glaube, die letzte Tyraniden-Starter-Box gab es in der in der dritten oder so. Nee. Fünfte, glaube ich. Auf jeden Fall vor meine Zeit. Ja. Und ja, warum nicht? Ich finde, keine Ahnung. Gibt bestimmt schlimmere Sachen, die man da hätte reintun können. Das stimmt. Also wenn man sich die Oramaganten so anguckt, die aktuellen, noch aktuellen, dann denkt man eigentlich nicht unbedingt, brauchen jetzt ein Update. Aber wenn man die neuen Modelle sieht, die da zumindest von den Termaganten kommen und wahrscheinlich werden auch neuere Oramaganten kommen, ist das schon ein ganz schöner Schritt ins Positive. Ja. Da würde ich mich anschließen. Ja. Oder siehst du das anders, Florian? Nee, tatsächlich genau diesen Moment hatte ich auch. Also ich habe das alte Modell angeschaut und gedacht, hey, das geht doch voll klar. Das neue daneben gesehen und gedacht, uh, okay, alles klar. I see. Und Tyraniden haben mich auch ehrlicherweise gar nicht überrascht, weil die Rumor Engine war ja schon aktiv und es wurde ja schon lange vorhergesagt, dass die Startup-Box Spacemans gegen Tyraniden sein würden. Von irgendwelchen ominösen Quellen im Internet, die aber irgendwie immer recht haben. Ähm, versuche ich zwar immer ein bisschen mich davor zu verweigern und mir selber die Überraschung nicht zu verderben, aber irgendwie gelingt es ja doch nicht, ähm, ganz das Flüstern, äh, quasi, äh, aus dem Wop nicht zu hören. Ähm, genau, deswegen, also damit habe ich durchaus gerechnet und ich finde es auch cool, also, ich finde Tyraniden, ähm, haben zwar eine relativ schöne Model-Range, aber ich glaube, gegen neuere Modelle sagt kaum jemand was. Mhm. Ähm, ne, finde ich gut. Außer Älter. Ja, ey, also, ich habe immer noch Aspekt-Krieger, die älter sind als ich, ne, also. Ja, das stimmt. Ich habe, äh, ich habe mal geguckt, von wann, ähm, ich die, oder von wann die, die Warp-Spinnen sind, die ich von dir gekriegt habe, Christian. Die sind allen Ernstes von 97? Uff. Ich habe Phoenix Lords von 93. Uff. Äh, Assoman, ne, oder, oder Baroth. Äh, alle tatsächlich, die aus Zinn sind, glaube ich, von 93. Uff, okay. Also Baroth habe ich genau, ja, und ich glaube Fuegen auch. Boah. Naja. Du bist nach 93 geboren? Nee, 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 aber ich habe noch, ähm, ich habe einen, was sind das, ich glaube Ranger aus Zinn, aber der ist noch älter, der ist, müsste ich drauf gucken, weiß ich gerade nicht ganz genau, ich meine aus 90 tatsächlich. Boah. Das steht ja auf diesen Slots dann noch unten drauf immer, mit eingeprägt worden. Ja. Ja, also es ist, naja, dadurch haben wir jetzt quasi eigentlich indirekt, hier habt ihr es zuerst gehört, bestätigt, dass in der nächsten Startbox L da drin sein werden, gegen Space Marines. Ähm, also mich hat das nicht überrascht, weil der Dude, der das geleakt hat, war der Typ, der quasi die gesamte Edition geleakt hat, also auch die World Eaters, die Votan, und so weiter und so fort, und der auch einfach mal in so einem Beisatz fallen gelassen hat, ja übrigens, der Löwe kommt zurück. Ähm, und von daher war mir das relativ klar, aber was er sagt hat, ist, es geht übrigens mit Blood Angels gegen Tyraniden, wo ich schon dachte, oh geil, endlich mal nicht die, die Ultramarines im Fokus, und jetzt guckt man auf das, auf das Titelbild und sieht, pfff, es sind Ultramarines. Ja, das hat mich auch überrascht, weil das mit den Blood Angels, das habe ich auch oft gehört, und mich auch drauf gefreut. Ja. Und jetzt sind die wieder blau. Aber es kann auch damit zusammenhängen, dass es halt einfach die Marketingabteilung verlangt. Also ich meine, die meisten GW-internen Armeen für die Schaubilder und so sind da auch im Ultramarines-Stil angemalt. Das heißt ja nicht, dass es nicht auch storytechnisch für die Blood Angels hoch hergehen kann jetzt. Ja. Definitiv. Ey, Dante. Dante kommt. Oder sie werden von Leviathan ausgelöscht und durch die Ultramarines ersetzt. Okay. Ich glaube, dann brennt Nottingham. Ja, aber es hat mich nicht überrascht. Ich finde die neuen Tyrannien-Modelle ganz hübsch. Was bei mir so mitschwingt, ist so dieses Jahr, dann sind das neue Modelle. Was kosten die aktuell? 25 Euro, zehn Stück? Elf Stück? Ich glaube, es sind immer elf. 30. Kommt drauf an, welche du möchtest. Bei Homaganten, ich weiß es nicht, wie es seit März ist, aber vorher waren die 31,50. Und Thermaganten waren nochmal ein bisschen günstiger bei unter 30, aber über 27. Ich glaube, das werden die nicht mehr gekauft. Sorry. Wie bitte? Ja, alles gut. Ich sagte, die hast du sowieso gebraucht gekauft. Homaganten und Thermaganten waren so oft auf dem Markt. Ich glaube. Eigentlich schon, ja. Aber jetzt werden sie teurer, hundertprozentig. Also so ein Zehner-Trupp für 45 Euro oder so, halte ich schon für realistisch. Und dann bei einer Massenarmee, oh. Ich frage mich ja, ob es die denn nochmal eine neue Combat Patrol kriegen. Wahrscheinlich kommen wir da später nochmal zu. Ja, ja. Kommen wir einfach später zu. Ja. Genau. Genau. Und dann haben sie für die neue Box neben den Thermaganten auch schon angekündigt, dass es neue Terminatoren geben wird von den Space Marines. Da hat es sich so hundertprozentig bewahrheitet, denn es hieß ja, es werden primaris-Terminatoren. Aber es sind einfach Terminatoren. Naja doch, es sind doch Primaris, dass die jetzt, auch die Primaris Marines, die Terminator-Rüstung tragen, oder nicht? Das habe ich so gelesen. Und deswegen ist sie ein bisschen größer, aber sie sieht noch genauso aus wie vorher, weil Call sie einfach nicht verbessern konnte. Genau, das haben sie nämlich im Stream gesagt, weil die Frage kam, hä? Wo haben die die Terminator-Rüstung her? Und da haben die gesagt, ja, die sind groß genug. Da passt sowohl ein Firstborn rein, als auch ein Primaris. Das sind die Alten immer noch. Und finde ich ein bisschen lazy, die Erklärung, aber Anno für sich sind es hübsche Modelle. Aber ich muss sagen, auch wenn die wirklich geil aussehen, die turnen mich nicht so an wie die Death Guard oder die Chaos-Terminatoren, weil die mit ihren ganzen Spikes und mit diesen Gestellen und den Schädel auf dem Rücken sehen nicht so clean aus. Also ich finde es eigentlich ganz gut. Es ist halt auch wieder refurbished sozusagen, altes Design nochmal neu aufgelegt und sehen halt auch wirklich besser aus als die alten, die jetzt halt ein Primaris Marine neben dem Old Marine. Von daher finde ich es okay. Klar, man hätte ein bisschen was anderes machen können, aber ich bin positiv überrascht, muss ich sagen. Dass sie jetzt nicht hier so einen einfach noch dickeren Heavy Intercessor dahin gesetzt hätten, sozusagen. Ja. Also ich finde es mega tatsächlich. Ich finde die Designentscheidung an der Stelle tatsächlich sehr gelungen. Die alten Terminatoren sehen daneben schon sehr viel comichafter aus. Ich glaube auch, dass viele aus der Community sich das gewünscht haben, dass Terminatoren kommen und zwar Terminatoren, Terminatoren und nicht eine neue Interpretation. Man hat das ja so ein bisschen in der siebten Edition schon gesehen mit den Centurions, die ja im Prinzip Terminatoren, aber in noch dicker sind. Aber mit Super Saiyajin 3 sind, genau. Genau, genau. Und da zum Beispiel der Designansatz war ja ein anderer. Und lehne ich mich jetzt mal aus dem Fenster. Die sind optisch nicht ganz so gelungen. Finde ich persönlich zumindest. Also zumindest nicht so wie jetzt, nicht so dynamisch, nicht so echt irgendwie wie diese neuen Terminatoren, die einfach von den Proportionen her auch sehr gut hinhauen. Ich bin total überzeugt. Ich finde es richtig cool. Okay. Henry, sind das deine Terminatoren deiner Träume oder? Also ich finde die erstmal ganz gut. Ich finde es auch tatsächlich ziemlich nice, dass sie gesagt haben, das geht für beides. Ich frage mich auch, ob sie da noch mehr in der neuen Edition in die Richtung gehen. Ob sie denn einfach sagen, es gibt nur Space Marines und so ein taktischer Trupp ist einfach dasselbe wie so Interseller oder so. Ich weiß es nicht. Mal sehen. Wäre ja schon mal nett, wenn die Rhinos auch primar so mitnehmen könnten, etc. Das habe ich mir auch gedacht. Wenn sie jetzt den Schritt machen, dann ist der nächste Schritt zu ein Rhino kann auch Inter-Sisters mitnehmen, gar nicht mehr so weit. Ja, genau. Ich hoffe, dass das so ein bisschen einläutet, weil gerade als Neujahrsspieler hat mich das am Anfang total verwirrt letztes Jahr, dass die Sachen da so auseinander gehen und so als du hast in der, also ich hatte zum Beispiel die Black Templar und dann war ich da hier, okay, hier hast du die Crusader-Truppe und jetzt gibt es hier primares Crusader-Truppe. Warum sind die einen denn nicht die anderen? Keine Ahnung. Mich hat das verwirrt. Ich finde es cool, wenn sie das verbinden. Was ich mich allerdings noch frage, ist, wie viele, ob es denn auch noch Varianten von diesen Terminatoren gibt, weil es gibt ja die von den Dark Angels. Es gibt die im GW-Shop zumindest noch diese besonderen von den Blood Angels und weiß nicht alles. Also da gibt es ja diverse Varianten, ob die alle auch eine eigene primare, äh, nicht primare, aber ihr wisst schon, die neuen Terminatoren geupgradet bekommen oder ob die bleiben oder ob es denn da irgendwie für, keine Ahnung, 20 Euro so einen Upgrade-Rahmen gibt, den man sich dazu holen muss. Keine Ahnung. Darauf bin ich auch ein bisschen gespannt zu sehen, was die damit machen. Also richtig special sind ja hauptsächlich die Dark Angel Knights und Space Wolves, glaube ich, und sowas kriegst du noch mit einem Upgrade-Kursrahmen hin. Ich glaube, das wird der Way to go. Das siehst du ja auch schon bei den normalen primares Intercessoren und so. Ja, denke ich auch. Aber ich denke, ein Knight-Kit wird kommen, oder? Also irgendwann. Nicht zeitnah, aber... Ich denke auch, Dark Angels sind zu speziell vom Aussehen, als dass du da irgendwie allein mit einem Upgrade-Kit arbeiten könntest. Ja, besonders jetzt gerade natürlich auch eigentlich spannend, ne? Also... Ich glaube auch, dass die neuen Einheiten, die für Space Marines... Also wir brauchen nicht überreden, dass wahrscheinlich noch mehr Space Marines-Einheiten kommen werden. Nein, was? Ich glaube, dass sie tatsächlich jetzt erstmal die Nihilus-Orden auffrischen, bevor alle neue kriegen. Und mein Tipp wäre tatsächlich, dass sie jetzt neue Dark Angels-Terminatoren machen. Sei es über einen Upgrade-Rahmen, der mit in der Box liegt. Sowas haben sie ja bei Kill Team auch schon. Und dass bei den Blood Angels neue Sprung-Moduleinheiten kommen, primarisiert. Ich hoffe so sehr drauf, ganz ehrlich. Ja. Ich glaube, jeder hofft darauf. Ohne kannst du halt auch Blood Angels nicht verkaufen. Also man sieht ja, dass die versucht haben, aber die haben doch auch primare Space Marines. Ja, aber das sind nicht Blood Angels. Punkt. So, Blood Angels mit dem Sprungmodul vorne rein. Und ich glaube, dass sie das auch inzwischen verstanden haben, weil die sehen ja, was die Leute spielen bei Blood Angels und das sind halt Sprungmodule. Ja, klar. Ein Hinweis darauf ist ja auch Space Marine 2, wo es ja auch das primaris Jump Pack mit dem Thunderhammer gibt und so. Ich denke schon, dass wir das sehen werden. Zumal ja hier der Dude, der das alles geleakt hat, hier auch gesagt hat, übrigens, da kommt Sanguinos noch in Form des Sanguinos zurück. Das würde ich sehr gerne sehen. Ich auch. Ich auch. Genau. Aber das wäre fast ein bisschen viel. Ich weiß nicht. Das würde ein bisschen dauern, glaube ich, bis wir das sehen. Ich glaube nicht, dass sie so zeitnah mehrere Primarchen raushauen. Die haben wir in sehr kurzer Zeit Angron gesehen und den Löwen angekündigt bekommen. Ich glaube nicht, dass jetzt der Sanguinos in den nächsten zwei, drei Monaten rauskommt. Ja. Apropos der Löwe. Was haltet ihr denn vom Modell vom zweiten loyalen Primarchen von Lion L. Johnson? Ich war etwas überrascht, muss ich zugeben. Sieht aus wie Tywin Lannister. Ja. Tut er wirklich. Aber gefällt er euch optisch? Christian, was sagst du? Du bist doch Space Marine-Spieler, dann musst du das sagen, Mensch. Ja, aber kein Tageend-Spieler. Ja, dunkle Rüstung. Komm, kannst du ummalen. Ich weiß nicht so, ob das schon geradconnt wurde, aber eigentlich alternt doch Primarchen nicht, oder? Doch, aber sehr langsam. Das haben sie nämlich schon geradconnt im Livestream, weil die Leute auch geschrieben haben. Hä? Und da haben sie halt gesagt, ja, Leute, der hat 10.000 Jahre im Bett gelegen, das sieht man so aus. Na, okay. Ja, ich mag sowieso Space Marine-Modelle mit Kopf nicht so gerne wie mit Helm, auch wenn ich da nicht ganz so dogmatisch bin, aber so mit der Kapuze und der Maske finde ich das Modell eigentlich ganz gut gelungen. Die anderen Kopfvarianten holen mich ein bisschen weniger ab. Ich sehe das Problem irgendwie bei den loyalen Primarchen, so die sind irgendwie, die sind cool, aber irgendwie so, ja, ist halt immer noch ein großer Space Marine mit ein bisschen Tralala auf dem Base und wenn du dann halt die Dämonen-Primarchen siehst, da kann man halt so viel mehr machen, das gefällt mir besser, obwohl ich eigentlich eher loyal bin als chaotifiziert. Sagt derjenige, der fast nur Death Guard gespielt hat. Letzte. Ja, aber wie gesagt, deswegen ist es ein schönes Modell, aber irgendwie ein bisschen langweilig. Geht mir genauso, tatsächlich. Aber erstmal die anderen beiden. Florian. Schön, also ich kann da eine andere Meinung auf jeden Fall an den Tisch bringen. Ich finde das Modell großartig. Ich finde es richtig, richtig schön. Sehr gelungen. Coole Pose. Ja, es ist ein großer Space Marine und alle anderen loyalen Primarchen sehen, oder viele andere loyalen Primarchen sehen halt genauso aus, mehr oder weniger. Also, Rogue Dawn würde ich mir jetzt auch nicht unbedingt sehr aufregend vorstellen. Ich muss aber sagen, ich finde es großartig, wie sie das Design genommen haben und erneuert haben. Die Detailtiefe gefällt mir richtig gut. Ich liebe die Helmauswahlen. Ich finde cool, dass man die Möglichkeit hat, diesen etwas albernen Flügelhelm da zu tragen zu tragen. Den Hürdenhelm, das Chapter feiert. Ich wollte gerade sagen, hallo, dass er wohl bitte, also ich würde den nehmen, wenn ich den bauen würde, ganz ehrlich. Same. Der schreit für mich nach Dark Angels. Komplett. Aber ich mag auch den Kapuzenhelm, tatsächlich den Kapuzenhelm, also den Kapuzenkopf mit Helm. Der sieht ein bisschen nach Morty aus, finde ich. Aber das ist auch in Ordnung. Genau, finde ich cool, dass man da Optionen hat. Ich mag die Watcher total gerne, also für mich, also optisch auf jeden Fall, alles rausgeholt, was möglich war bei dem Modell. Finde ich richtig cool. Okay. Henry, siehst du das genauso? Nee. Ich finde den nicht doof. Ich finde den gut gelungen. Wenn ich ein Dark Angels Spieler wäre, oder nicht schon so einiges im Schrank liegen hätte, würde ich jetzt vielleicht sagen, ja. Gute Sache. Also ich finde das Modell, der an sich gelungen. Aber wie gesagt, ich spiele ja mir nicht, deswegen ist er mir ein bisschen egal. Und eigentlich gibt's ja auch schon, ich vergleiche immer so ein bisschen mit denen aus Horus Heresy. Und ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich glaube fast, ich würde sagen, der aus Horus Heresy gefällt mir ein bisschen besser. Dafür ist der aktuelle 40k Gilliman besser als der Horus Heresy. Ja. Also erstmal bin ich da bei dir und bei Christian. Ich hab auch, als ich den gesehen habe, hab ich gedacht, okay, der sieht echt cool aus, aber der ist für mich kein Centerpiece, weil so ein Centerpiece ist einfach so ein Engron, der hat einfach so eine Naturgewalt auf dem Feld ist. Oder ein Mortarion, dieses Riesenvieh mit diesen Seuchenflügeln und sowas. Das sind halt einfach Sachen, wo du sagst, Alter, das ist der Primarch von dieser Armee. Crazy. Und das ist halt bei ihm hier so, der sieht halt cool aus, genauso wie Gilliman, aber, also der, der beeindruckt mich nicht. So, der, der, der hat viel Klimbim dran, aber es ist am Ende nur ein Space Marine mit einem, mit einem fancy Helm. Ähm, also das, das weiß ich nicht. Und dann kommt noch dazu, was du eben gesagt hast, Henry. Ich glaube, sie haben sich keinen Gefallen damit getan, dass sie zuerst den Löwen gebracht haben, äh, bei Forgeworld und dann den Kahn, weil wenn es andersrum gewesen wäre, dann wäre das jetzt hier, hätte man den Lionel Johnson aus Plastik zuerst bringen können, weil ich finde, dass der von Forgeworld besser ist, weil der hat ja dieses, diese Kampfpose noch, wo auch diese ganzen, ähm, Nightlords in der Mitte zerhackt. Ähm, und der hat eine viel, a, dynamischere Pose und b, sieht er halt deutlich kriegerischer mit dieser dicken Templar-Rüstung aus, mit diesem Templar-Zwei-Anschwert, ähm, was sie ihm ja hier jetzt auch nicht gegeben haben. Er trägt ja jetzt dieses neue Schwert, was er von Korra gekriegt hat und angeblich den Aegis des Imperators, den ich, glaube ich, noch nie gesehen habe bei irgendeinem Artwork ever vom Imperator. Der hat immer nur ein langer Fingernägel in der linken Hand. Genau, und da haben jetzt manche schon vermutet, ja, okay, wenn dann der nächste loyale Primarch kommt, Rogel Dorn, weil die, die, die E-Kralle ist noch über und ihm fehlt ja eine Hand, also, why not? Das steht mir aber cool vor. Ja. Aber an sich, er ist cool. Ich mag auch Lionel Johnson als Primarchen in den Geschichten. Ich bin nicht so hundertprozentig überzeugt vom Modell. Mal gucken. Ähm, ich mag ihn halt so als Old Man nicht. Finde ich spannend. Ich finde tatsächlich cool, dass er ein bisschen älter und verwittert aussieht, weil ich finde, dass das zu der Legion gut passt, so im Schatten sein und so ähm, älterer Ritter irgendwie stilistisch, also mir hat's gefallen, ich verstehe aber, dass das ein bisschen gegen die eigentliche Lowe geht. Ähm, aber ich finde es spannend, dass ihr jetzt nicht so überzeugt seid, weil ich hatte das Gefühl, auch das, zumindest in meiner Bubble war die, äh, Reception von dem Modell ziemlich positiv und ich finde tatsächlich das Forge World Modell gar nicht so geil. Also ich bin, ich bin komplett andersrum überzeugt. Also ich mag die neue Ausführung sehr viel lieber. Außerdem kommt mir kein Resin ins Haus, wenn es eine Plastik-Alternative gibt. Punkt. Okay. Entschuldigung, weiß man schon die Base-Größe von dem neuen Lionel Johnson? Ja, wie bei Gilliman. Wie bei Gilliman und Abaddon, genau. Welche ist das? Weiß ich gerade nicht im Kopf. 100, glaube ich. Ah, okay. Also kann man nicht einfach, ich sag mal so, wenn man unbedingt den alten nehmen möchte, den kann man ja auch im Zweifelsfall einfach den auf die Base stellen, aber... Ne, die haben eine 80er oder eine 60er, die ist kleiner. Der ist auch an sich kleiner. Ja, oder so. Aber ja, okay, man kann es nicht einfach nehmen, okay. Ja. Dachte mir, wäre es vielleicht nur eine Alternative gewesen, aber ist ja egal. Ja. Passend dazu kommt natürlich auch für unseren neuen Lieblingsspielmodus in Anführungsstrichen das letzte Arx of Omen-Buch, The Lion, auch das wurde bereits durch diesen Dude gelegt. Klar, sie müssen irgendwie die Geschichte jetzt zur 10. Edition hinleiten. Ich bin mal gespannt, wie sie das schaffen, dass das von der größten Chaos-Invasion auf einmal eine Tyrannine um die Ecke kommt. Keine Ahnung. Es soll auf jeden Fall zum großen Duell zwischen Leiden L. Johnson und Dante gegen Angron kommen, was glaube ich auch viele sich, oder wo sich auch viele drüber freuen, weil ich glaube, das letzte Duell zwischen Leiden L. Johnson und einem anderen Primarchen war auf Nostromo gegen den Nighthaunter. Und es wird ja auch so nachgesagt, dass neben Sanguinius der Löwe wahrscheinlich der größte Krieger des Universums ist. Und da bin ich mal gespannt, was dabei rauskommt. Und vor allem, welche Regeln er mitbringt, weil jetzt hat sich es ja bestätigt, wie die Leute vermutet haben, von wegen, warum steht denn in den Boarding-Actions-Regeln nicht, sie dürfen Robot-Gillimit mitnehmen, sondern sie dürfen ein Primarch-Model mitnehmen. Jetzt wissen wir, warum. Ja, bin ich mal gespannt, was da kommt, aber ist jetzt erstmal für One-Mor-40-K in der Hinsicht nicht so interessant, außer, dass sie schon gesagt haben, weil die Leute schon steilgegangen sind im Chat damals, von wegen, ja, keine Sorge, eure Bücher sind nicht nichts mehr wert, sondern ihr dürft den Spielmodus weiter nutzen mit den neuen Indizes und so weiter. Genau, dann kommen wir mal zu dem Schritt, der jetzt wahrscheinlich für uns alle am interessantesten ist, denn sie haben bereits neue Regeln angekündigt. Ganz kurz, einmal, ich hab nachgeschaut, 60 Millimeter Rundbase hat der Gilliman und damit auch der neue Löwe. Okay, also immer noch größer als die Primarchen von 4trade, schade. Aber zur Not nimmt man den ja, wenn man magnetisiert, keine Ahnung. Ja, also, wo ein Wille ist, ist auch ein Weg, da brauche ich mich überreden. Ja, definitiv. Ja, und wenn du eh dabei bist zu Kidbashen, dann kannst du ihm auch einen Orgkopf ankleben. Fast die grüne Rüste. Ja, ähm, genau, und mit der 10. Edition kam genau das, wo ich, und das darf ich mir jetzt einfach mal herausnehmen, zu sagen, wo ich von vornherein gesagt hab, Freunde, das kommt alles und das geweine Groß war in sämtlichen Gruppen. Ähm, und es ist tatsächlich 18 Mal gesagt hast. Ja, aber ich musste mir auch genug Böses anhören, ähm, und es ist da. Und, ähm, also nicht alles, sie haben den Wundwurf doch beibehalten, ähm, was ja für viel Furore gesorgt hat. Ähm, das erste, was wahrscheinlich so am meisten ins, ins Auge springt, ist vor allem, dass wir neue Datasheets bekommen, die deutlich runtergebrochen sind, im Vergleich zu dem, was wir jetzt aktuell haben. Ähm, ein Beispiel haben sie ja mit den Thermaganten gemacht, ähm, wir haben nur noch sechs Werte auf unserer Datenkarte. Da bin ich jetzt mal gespannt. Ähm, Florian, du, äh, ja auch als kompetitiver Spieler, genauso wie Christian, was hältst du davon, dass sie die Datenkarten massiv zusammengestrichen haben? Ähm, prinzipiell positiv gestimmt tatsächlich. Ich hatte ein bisschen Schiss, äh, bin ich ehrlich. Besonders mit dem Wundwurf hatte ich mir vorher Gedanken gemacht. Ich finde viele der Änderungen sehr positiv. Ich finde gut, also erstmal der neue Wert, nämlich als wie viele Modelle das am Marker zählt oder wie auch immer, der Wert dann tatsächlich zu interpretieren ist, also das Markerkontroll, ähm, finde ich super, weil damit die ganze Neidproblematiken angefasst wird und auch Fahrzeuge irgendwie relevanter werden können beim Markerhalten. Finde ich super, richtig gut. Ähm, mir gefällt gut, dass die Trefferwürfe und so, äh, an die Waffen gepackt haben. Ähm, ich weiß noch nicht, ob sie das jetzt sinnvoll umsetzen, da bin ich noch gespannt. Ähm, aktuell haben wir ja ein Cap auf die Modifier, ähm, das muss natürlich überarbeitet werden, das System, weil der, das Cap jetzt anders greifen würde. Ähm, und dann ist die Frage, ob ich eine E-Faust überhaupt noch mitnehme, wenn die schon auf die Vier trifft und trotzdem noch schlechter werden kann, der Tatverwurf. Da muss man also mal schauen. Also da haben sie sich selber leider in eine Situation gebracht, wo sie versagen können, im Regeldesign, und typischerweise ist GW sehr gut da drin, auch fett net viel zu finden, die sich selber in den Weg legen. Ähm, finde ich super, die Keyword-Section wurde überarbeitet, und es hat, es gibt weniger Keywords und weniger Faktions-Keywords, und das ist großartig, weil das war, äh, einfach eine, eine Section, da hat man immer nur reingeguckt, wenn man nach einer spezifischen Sache gesucht hat, und ansonsten war man immer damit überfordert, dass da zwei Zeilen untereinander waren, die schon beim bloßen Anblick irgendwie verschwimmen, und wenn die dann in die zweite Zeile gehen, bei einer davon schon, Katastrophe. Also, dass sie die so ein bisschen auch farblich getrennt voneinander nebeneinander gemacht haben, gutes Design. Top. Ja. Und dann noch, also das ist soweit alles super, äh, bei den Sonderregeln können wir gleich später nochmal drüber reden, bei den Reactions, da bin ich mal gespannt, wie sie das System umgesetzt haben, ähm, das kann man ja jetzt noch nicht so richtig gut bewerten, aber wenn alle Einheiten so Effekte wie die Thermaganten haben, dann würde ich behaupten, dass sie das Spiel damit eher komplexer als weniger komplex gemacht haben, was ja das Ziel war. Das finde ich eine spannende Aussage. Christian, gehst du damit? Ja, also, mit der ersten Aussage tue ich mich schon ein bisschen schwer, weil ich finde, tatsächlich sind die Datasheets nicht gestreamlinter, ist eher noch ein zusätzlicher Wert dazugekommen, nur dass Weaponskill und Ballisticskill in die Waffenprofile gerutscht sind. Ähm, von daher sehe ich da jetzt nicht den großen Unterschied, man kann dann, also, was der große Unterschied aus meiner Sicht ist, dass GW jetzt mehr Möglichkeiten hat, einzelne Waffen anzupassen. Schlecht finde ich es auch nicht, wie es gemacht wurde, Keywords bin ich absolut bei, äh, Florian, von daher, dass das passt und ja, mit den Sonderregeln müssen wir gucken, sie haben ja angekündigt, es wird wieder Universal-Sonderregeln geben, viel no pain, das ja jeder Veteran des Spiels immer noch so genannt hat, egal wie die Sonderregel dann im Datasheet hieß, das ist, ist gut, ähm, aber ich, ich gebe recht, ihm recht, äh, wenn man hier sieht, dass schon die Termaganten, äh, relativ interessante, aus meiner Sicht auch sehr starke Fähigkeit haben, müssen wir mal gucken, was dann Datasheets bekommen, die ja eigentlich noch elitärer sind und ein bisschen was anderes als jetzt so eine Masseneinheit. Ja. Äh, Henry, wie siehst du das? Ich meine, ähm, auch nochmal um da zu ergänzen, diese Datensheets, die wir jetzt hier sehen, die wird es ja so jetzt auch, ähm, zu kaufen geben als Datenkarten. Etwas, was sich ja die Fans von 40k, äh, gewünscht haben, seit die erste Edition Age of Sigmar draußen ist. Also eigentlich haben sich das die Age of Sigmar Fans gewünscht, die auch 40k spielen. Die 40k-Spieler haben sich das nicht gewünscht. Ja. Ich weiß von vielen, die, die, die gesagt haben, damals, Alter, die brauche ich, das ist voll super. Und mir ging das auch schon immer so, ähm, und jetzt kriegen wir sie endlich. Ähm, das ist schon mal gut und ansonsten, ja, Henry, fährt dir was dazu auf, wie die aufgebaut sind? Ähm, ja, doch schon sehr ähnlich. Ja. Also, was soll ich da kurz zu sagen? Für mich ist es natürlich toll, ich kenne mich mit Age of Sigmar ein bisschen besser aus und wenn sich das so ein bisschen angleicht, ist es natürlich einfacher, mit beiden Systemen klarzukommen. Ansonsten kann ich mich eigentlich nur Florian anschließen. Ich finde das erstmal ziemlich nice. Ich glaube nicht, dass man da direkt, ähm, negativ drauf reagieren muss. Ja, man weiß, also, ne, wie Florian schon gesagt hat, da können immer mal wieder Fehler passieren, kann auch immer mal wieder sein, dass sie die ausbügeln. Ähm, ich bin auf jeden Fall gespannt und eigentlich eher, ja, positiv gestimmt. Selbst wenn es nochmal mehr Komplexität, ähm, hinzufügt, auf den ersten Blick sind die bestimmt schon mal einfacher zu verstehen. Und, ähm, ja, ich meine, das ist ein System, das hört man oft, ähm, easy to learn, hard to master. und so, naja, wenn du als Casual-Spieler einen einstiegen möchtest, ist der, glaube ich, damit, ähm, besser zu schaffen, würde ich jetzt einfach mal behaupten, von dem, was man bisher gesehen hat. Aber wenn man diese übelste Komplexität möchte und sich da komplett reinsteigern will, dann ist es, denke ich, immer noch möglich. Kann auch sein, dass ich falsch liege, sieht man dann. Mhm. Ja. Also, was mir noch aufgefallen ist, an dem, also mir gefällt das grundsätzlich auch und ich bin da bei euch, ähm, was mir noch aufgefallen ist, dass hinter den Waffen jetzt auch so eine Art, äh, Keywords noch stehen, weil wir haben zum Beispiel bei den Thema Guns-Bine-Fiss, äh, Assault, Pistol und Twinlink stehen. Twinlink kennen wir ja eigentlich aus der Horus-Heresie. Ähm, was heißt, du darfst Einsen wiederholen. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass das kommt, weil grundsätzlich zu dem, was sie ja schon gezeigt haben, wir gehen noch auf weitere Sachen gleich ein, klang es für mich sowieso hart nach einem Kind aus Horus-Heresie, äh, 40k und Age of Sigmar. Ähm, und, äh, das wäre für mich so ein Punkt, das fände ich ganz cool, wenn es einfach so allgemeine Waffenfähigkeiten gibt, die haben alle und das ist nicht wieder unterschiedlich bei den einzelnen Fraktionen. Ähm, das fände ich ganz, ganz sinnvoll eigentlich. Zu den Abilities bin ich mal gespannt. Also das ist für mich, zumindest jetzt erstmal von dem ersten Datasheet, was wir hier gesehen haben, ein Hinweis darauf, dass sie weggehen von diesem, ja, du hast jetzt ein Stratagem für alles und deren Mütter, sondern dass die Einheiten alle eine eigene Fähigkeit haben und dass du dann beim Listenbau darauf achten musst, okay, hm, die Fähigkeit finde ich jetzt aber richtig gut und das und das ist momentan gerade viel in der Meta aktiv, vielleicht nehme ich jetzt mal eine Einheit mit, die das und das hat, was da vielleicht helfen kann und dass dadurch einfach bestimmte Einheiten, äh, wieder mehr Value kriegen. also beste Beispiel, worüber Florian und ich ja gerne, äh, uns aufgeregt haben, waren die Nobs, die ja einfach seit Editionen für die Tonne waren irgendwie und jetzt aktuell mal so ein kleines Hoch haben. Ähm, wenn die einfach eine Fähigkeit haben, äh, womit sie irgendwas machen können, was sonst keiner im Org-Kodex kann und du irgendwann sagst, ah, eigentlich finde ich die Fähigkeit jetzt gerade richtig praktisch, ich glaube, ich nehme die mit, dass eben nur diese Einheit das dann mitbringt und ich glaube, dass da davon das Spiel sehr profitieren würde, weil das ein bisschen mehr Diversität, ähm, fördern würde, oder wie seht ihr das? Finde ich geil, also bin ich voll bei dir, ähm, finde ich auch super cool, dadurch bist du, ähm, hast du auch mehr Anreize, verschiedene Trupps mitzunehmen, weil es wurde ja schon, äh, angekündigt, dass diese Fähigkeiten wahrscheinlich einmal pro Zug sind, also wenn ich dreimal denselben Trupp habe, kann ich die Fähigkeit nur einmal nutzen und ich finde es cool, dass da Anreize geschaffen werden, verschiedene Einheiten mitzunehmen, weil das die Armeen generell bunter macht und so, finde ich super, super cool, aber das meinte ich eben mit der Komplexität, jetzt stell dir vor, also ich spiele Orcs und ich habe bei 2000 Punkten bestimmt 20 verschiedene Einheiten dabei, jetzt habe ich also vermeintlich 20 Fähigkeiten, die ich aktivieren kann und die ich wahrscheinlich auch jeden Zug aktivieren werde, wahrscheinlich nicht alle 20, aber schon bestimmt eher so 10 und das ist wesentlich mehr, als ich an Stratogems einsetze, das heißt, mein Opponent und ich müssen beide wesentlich mehr Regeln präsent haben, als vorher und ich glaube, dass die Community sich ja gewünscht hatte, Komplexität zu reduzieren und ich glaube, dass das, also ich meine, ich habe die anderen Regeln nicht gesehen, vielleicht sind die Regeln ja auch einfach nicht so, vielleicht war das einfach nur das Beispiel, was wir gesehen haben, extrem relevant und intensiv, aber ich kann mir vorstellen, dass wir da einen krassen Zuwachs an Komplexität sehen und dass auch der Spielfluss dadurch drastisch langsam wird, also wenn jede meiner Einheiten sich in der gegnerischen Phase bewegen kann, dann dauert das Spiel etwa doppelt so lang wie aktuell. Ja, die Gefahr würde ich auch sehen, also der Vorteil, hat Florian ja auch herausgearbeitet, ist, dass man für jede Einheit irgendwie einen Nutzen findet und sie dann auch, dann auch diverser aufstellt, aber, denn das ist ja auch so ein Beispiel, meine ich, gerade Anfang Age of Sigmar, als ich mich damit noch beschäftigt habe, war es ja auch so, dass viele Sonderregeln immer speziell für die Einheiten waren, da hatte man jetzt nur den Vorteil, dass man nicht so extrem viele Units spielt, aber bei 40k spielt man halt tendenziell in den meisten Armeen sehr viele Units und wenn das dann sehr viele unterschiedliche sind, mit sehr vielen unterschiedlichen Regeln, wird es wirklich nicht leicht, aber, wie gesagt, wir wissen noch nicht so viel, deswegen ist das alles so ein bisschen stochern im Nebel. Das stimmt, Ja. Genau, passend dazu zu den Datasheets, haben sie ja angekündigt, dass es einen kompletten Reset geben wird quasi, also wie damals von der siebten auf die achte, und was erst mal ein Schlag mit der Kettenachs in den Bauch von Boid Itas und von Astra Militarum-Spielern war, gefällt mir eigentlich ganz gut, wenn ich ehrlich bin. Ich verstehe jetzt aber den Aufschrei, dass sie gesagt haben, yo Leute, mein Kodex ist nicht mal sechs Monate alt und ihr werft den in die Mülltonne. Das ist ja nicht das erste Mal. Aber ich glaube, so schnell war das noch nie, oder? Ich weiß nicht, ob vor der achten Edition nicht auch gerade frisch irgendwas kam. Nur so Kampagnenbücher tatsächlich, ich glaube, direkt einen Kodex nicht. Aber war es nicht in der achten auch so, dass ganz kurz vor Ende noch ein Kodex kam? Soros. Ich weiß aber nicht, wie viele Monate vor Ende das war tatsächlich. Das weiß ich auch nicht. Ah doch, das war zum Weihnachtsgeschäft. Zum Weihnachtsgeschäft, weil Christian Huckler hat mit mir kurz vor Weihnachten noch gespielt. Also da hatte er den schon. Also kurz vor Weihnachten. Okay, dann haben wir jetzt auf jeden Fall noch mal weniger Zeit. Das stimmt schon. Genau. Aber sie machen es genau wie in der achten. Sie gehen zurück auf Indizes. Diese Indizes werden dieses Mal nicht verkauft, was schon mal ein Vorteil ist, weil GW, wissen wir ja alle, die verkaufen zur Not und deren Mütter. Und zwar werden die online kostenlos zum Download da sein. Jede Fraktion bekommt einen davon. Manche bekommen welche, die ein bisschen komplexer sind, so wie zum Beispiel bei den Space Marines. Und die sind dann aufgeteilt auf verschiedene Orden, Fraktionen innerhalb dieses Buches oder dieses Indexes. Und ich denke, dass wir da den, auch das habe ich schon immer angekündigt und habe mir da viel Böses dafür anhören müssen, dass wir da die Blaupause bei den World E-Jazz gesehen haben. Und so hat das GW jetzt auch bestätigt. Es wird ungefähr zwei Diener-Vier-Seiten-Regeln für die Fraktionen geben, die wir spielen. Das beinhaltet Warlord-Trades, das beinhaltet Relikte, das beinhaltet Gefechtsoptionen und das beinhaltet wahrscheinlich, ich gehe fest davon aus, weil wie gesagt, Horus erisiert es auch, dass jeder Orden, jede Fraktion eine eigene Reaktion kriegt, die sie eine der Phasen des Spiels, die wir auch inzwischen weniger haben, anders spielen lässt. Und jeder Orden, zum Beispiel bei Space Marines, das hatten sie ja nochmal spezieller gesagt, also wenn man jetzt Dark Angels spielt, die haben dann nochmal ein eigenes Regelgerüst, wo sie dann statt den des normalen Space Marine Indexes bekommen sie ihre eigenen Dark Angels Regeln. Ich behaupte, ich weiß es nicht, ich behaupte, dass es sowas sein wird wie die Armies of Renown beim World E-Test-Buch, weil da ist es ja einfach so, dass es heißt, also du musst jetzt hier Engron mitnehmen für die Disciples of the Red Angel und dann musst du das und das und das spielen und ich könnte mir vorstellen, dass zum Beispiel die Dark Angels dann sagen, okay, pass auf, du hast hier eine Army of Renown Deathwing, du musst Belial mitnehmen, keine Ahnung und dann der ganze Rest muss mit Deathwing sein und ich glaube tatsächlich, dass das die neue Art ist, wie wir dann noch Listen bauen oder nicht? Ja, kann ich mir auch gut vorstellen. Was ich auch einen schönen Designansatz finde, die Regeln auf zwei Seiten zusammenzuschrumpfen, halte ich für eine großartige Idee, wobei ich es natürlich, also es ist natürlich einfach geschummelt, ne? Also wenn ich einfach die ganze Strategic Section nehme und auf die Datasheets mit draufschreibe, habe ich auf einmal keine Strategic Section mehr, das ist natürlich irgendwie wahr. Ja. Aber es ist vermeintlich ja dennoch eine Reduktion der Komplexität, weniger Zauber, weniger Wall-Opt-Trades, weniger alles und das finde ich eine gute Sache. Der Chaos-Kodex, großartiger Kodex der 9. Edition, aber da waren wie viele? 42 Wall-Opt-Trades? 47. 47 Wall-Opt-Trades und 83 Relikte, meine ich, waren es. Ja, das ist doch, also das war für den Fluff-Spieler großartig, aber für jemand, der wirklich alles gleichheitlich präsent haben möchte, ein einziger Albtraum. Ja. Ja, wir haben es ja auch beim World Eaters Codex Review gesagt, das war mal erfrischend, dass es so ein Streamlined war. Wenn Sie das jetzt auch so durchsetzen, finde ich das eine gute Sache. Mit den Sonderregeln hat es zumindest den Vorteil, dass es immer was, was man innerhalb dieser Data Sheets, die es ja dann geben wird, in der App, wie auch immer, direkt am Tisch hat, weil man da eh durchblättert, sag ich mal so, wenn man Statuswerte anguckt. Das war ja so bei Standardregeln nicht so, da hast du ja nicht bevorzugt nicht immer nochmal im Buch rumgeblättert. Ja. Ganz kurz, das wollte ich eben noch sagen, dass Twinlinked oder Synchronisiert, wie es auf Deutsch heißt, Widwings, also das war in 40k auch früher schon eine Universal Special Rule. Also das gab es einschließlich siebte Edition. Immer. Was hat die gemacht damals? Reront. Auch Reront, ja. Auch die einzelnen Reront, genau. Ich glaube sogar komplette, ne? Habe ich auch gedacht, ja, ich meine ja. Oh, okay. Aber dafür hast du auch doppelte Kosten bezahlt. Also das war immer so ein bisschen nicht so. Wenn man freiwillig, freiwillig lieber zwei Laserkanonen als eine Twinlinked. Genau. Okay, krass. Henry, du bist jetzt auch relativ neu. Du hast ja jetzt auch deinen, deinen Black Templars-Kodex zum Beispiel erst gekauft, deinen Org-Kodex. Wie stehst du zu diesem Index-System? Weil ich meine, du hast ja noch nicht gespielt, als das kam damals, oder? Was ist genau, als dieser Wechsel kam? Genau. Nein, das nicht. Also für mich ist das jetzt was Neues. Ich bin auch gespannt, wie genau das denn ablaufen wird. Tja, um den Astra Militarum-Kodex bei mir ist es jetzt natürlich schade. aber alles für den Fortschritt, ne? Also was soll's, ne? Schwamm drüber. Ist eh, ne? Kodexe sind ja immer so eine Sache, die werden ja eh ständig geupdatet, also ich find's jetzt nicht so wild und... Vor dem Release update oder so? Das ist halt wirklich, muss man halt... Ja, es sind eh dynamische Bücher, würde ich sagen. Die Hälfte steht dann irgendwann eh im Netz und, ähm, ja, halb so wild. Ist es, ist jetzt erstmal so, weniger zu lesen, finde ich auf jeden Fall erstmal nicht schlecht. Und GW hat's ja auch gesagt, dein alter Kodex ist ja nicht verloren, du hast ja noch den Fluff und alle möglichen Texte da drin. Yeah! Yippie! Die, was, ich, vielleicht ist das eine unpopular Opinion, aber in manchen Büchern, gerade bei den, also ich weiß, bei, ich hab nicht alle gelesen, aber im Black Templar Supplement Codex, äh, jetzt auch in den Blood Angels und bei den Custodes gab es so Namsgeneratoren und die find ich schon ziemlich cool, muss ich sagen, so viel, wenn man so seinen Leuten ein bisschen, sich eine Backstory überlegt oder, ne, sich ein bisschen mehr mit seinen Figuren auseinandersetzen möchte, da find ich das schon nicht, ich find ich schon nicht schlecht. Mega. Das war beim Guard Codex nicht, bin ein bisschen beleidigt, weil es sind auch Leute mit Namen, ich bitte euch, selbst wenn sie nur zwei Minuten leben. Ja, aber wer würfelt, wer würfelt für 300 Guards mir in die Namen aus? Ich find's nötig wird. Ist mir egal. Ist okay. Also, diskutiere ich nicht lange. So, ne, aber so, das fand ich, ist klar, ne, ich schmeiß die jetzt nicht weg. So ist es nicht, vielleicht, in Büchereien sowas? Ich glaube nicht. Aber so, ne, in meinem, das stimmt schon, da sind noch Sachen drin, ähm, mit denen man sich, wenn man möchte, auseinandersetzen kann. Ja, halb so wild. Ich glaube, das ist eine Einstellung, die du im Laufe der Jahre noch hart verteidigen musst, dir selber gegenüber. Ja, good point. Also, sagen wir mal so, wenn man das einmal erlebt, ist das okay, wenn man das zwei-, dreimal erlebt, tut es irgendwann weh, und im Laufe der Jahre, die Kreise, die es zieht, es tut halt immer ein bisschen mehr weh. das Konzept einfach, dass die Kodizes so laufend kommen. Also, man muss ja realistisch betracht, sagen, ein Guard-Player, der jetzt die neunte Edition spielen wollte, hat die neunte Edition, also gerade, wenn du auch auf die Familie gehen möchtest, halt jetzt vier Monate gespielt. Ja, ja. Die komplette neunte Edition. Du konntest doch auch vorher spielen, du hast halt nicht gewonnen, aber du hast gespielt. Ich bin mir nicht mehr sicher, ob man das noch spielen nennen konnte, was da zwischenseitig passiert ist bei der Garde. Man hat dem Gegner das Gesicht hingereitet. Also es war wirklich, also keine Ahnung. Finde ich persönlich einfach ein bisschen schade, dass da quasi der Codex-Cycle kommt und dann wird sofort eine neue Edition rausgepumpt. Das ist nicht gut. Ich verstehe, dass die die nicht gleichzeitig raushauen wollen, aber dann das etwas ältere System des Wir hauen alle Kodizes raus und dann kommen noch Kampagnenbücher. Die Kampagnenbücher sind zwar meistens irgendwie Murks, aber die verlängern die Zeit, die Lebenszeit sozusagen auch der späteren Kodizes. Und ich finde es schade, dass sie das nicht gemacht haben. Ich finde, da ja relativ viele Releases ein bisschen nach hinten verschoben worden sind, auch durch Corona und so, völlig verständlich und Lieferkernkohlen und keine Ahnung, ja, kann passieren, gar kein Problem. Ich finde aber, dass sie dann auch den Editionswechsel ein bisschen hätten verschieben sollen. Meiner Meinung nach haben wir aktuell ein fantastisches Meta und ich würde gerne noch etwas länger erleben, was gerade passiert. Aber das ist eine sehr persönliche Waste-Meinung auf jeden Fall natürlich. Also ich bin ein großer Fan von dem Index-System. Hat natürlich seine Nachteile, die wir auch gerade besprochen haben. Mich betrifft es jetzt nicht, deswegen sehe ich es auch nicht so schlimm, aber ich kann mir gut in eine andere Verein versetzen. Für mich ist eher das Problem, also ich sehe es genau wie Florian. Die neunte Edition ist super, hat richtig viel Spaß gemacht, aber bei mir ist jetzt erstmal komplett die Luft raus. Jetzt warte ich auf die zehnte und habe irgendwie gar nicht mehr so Riesenbock, mich mit Arcs of Om noch weiter zu beschäftigen. Ja, verstehe ich. Geht mir auch so. Ich glaube, ein wichtiger Punkt, den du genannt hast, Florian, ist dieses Ding mit Corona. Das Ding ist ja, dass es, wie du schon richtig sagtest, viele Verzögerungen gab bei den Pro-Look-Linien. Wir haben bis heute keinen vernünftigen Voltitis-Release. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Weil wenn man nicht in Welle 1 und 2 war, wo die Sachen ausgeliefert wurden, hat man teilweise heute seinen Kodex noch nicht, den man vorbestellt hat, oder geschweige denn die Modelle. Und ich glaube, das hat 40K ziemlich wehgetan. Und ich glaube auch, dass das der Vorteil von Age of Sigmar war, weil das ein Jahr später kam. Weil die sind jetzt mit ihrem Battleturm-Zyklus, obwohl die mehr Armeen haben inzwischen, sind die durch quasi in zwei Monaten. Und haben dann ein Jahr bis zum Editionswechsel, wo wirklich alle mit ihrem Buch spielen können. Ich glaube, dass sie das mit 40K auch geschafft hätten, aber dass da Corona einen Strich durch die Rechnung gemacht hätte. Das hätte ich fantastisch gefunden. Also das wäre mein Traum, sozusagen. Ja. Wobei sie es dabei halt auch so machen, dass sie in der Regel zwei Bücher gleichzeitig rausfeuern. Das haben sie ja hier nicht gemacht. Genau. Was noch dazu kommt, ist ja, dass sie schon angekündigt haben, dass die Phasen des Spiels zusammengestrichen werden. Es wird keine, so wie ich es verstanden habe, keine Moralphase mehr geben. Und es wird definitiv keine Psy-Phase mehr geben. Was ich sehr spannend finde, weil das ist ein System, was wir bisher nur aus Kill-Team kennen. Und zwar werden Psy-Kräfte jetzt Schusswaffen quasi, die wir in der Schussphase benutzen, so wie auch ein Kill-Team. Das war ja was, wo viele gesagt haben, was das denn? Mögt ihr das? Also mich hat es stark überrascht, muss ich sagen, das im großen System zu sehen. Bei Kampfzaubern bin ich dem nicht abgeneigt. Bei Buffs bin ich neugierig, wie sie es umsetzen. Christian, wie siehst du das? Ich denke mal, Buffs werden dann in dieser Command-Phase gesprochen werden, wie bei Echo Sigma, oder? Und dann finde ich das vollkommen okay. Ich meine, ich weiß nicht, warum man die Psy-Phase abschaffen muss, ob das Streamliner im Großen und Ganzen ist. Es ist ja auch irgendwie das Argument gewesen, es gibt Armeen, die keine Psy-Phase haben und keine Psy-Abwehr großartig und deswegen dann eine Zeit lang nichts zu tun haben. Aber gut, das habe ich im größten Teil des gegnerischen Zuges insbesondere in seiner Movement-Phase, außer, dass ich natürlich darauf achte, was er tut. Ich finde, da ändert sich, es verschiebt sich alles ein bisschen hin und her. Wie gesagt, es werden dann irgendwelche, wird dann in irgendwelchen anderen Phasen getriggert, aber vielleicht wird es da ein bisschen intuitiver, ein bisschen, ja, keine Ahnung, ob es dann mehr miteinander bringt, aber im Großen und Ganzen stehe ich dem sehr neutral gegenüber. Also, ich sehe da keinen großen Vorteil, aber auch keinen Nachteil. Okay. Henry, wie siehst du das? Also, bei so einem Smite oder so sehe ich das auf jeden Fall funktionieren. Da ist ja wirklich nicht so der Riesenunterschied bei. Und wenn dann so Litaneien in der Command-Phase kommen, klar, warum nicht? Ist mir auf jeden Fall, was ich schade finde, ist, wenn ich irgendeinen hier Grimaldus habe, mit dem möchte ich auf einer Einheit das Schutzgebiet sprechen und bevor ich das Schutzgebiet gesprochen habe, war irgendwer anders, halt vorher in der Schussphase dran, dann schießt mir dann halt die Leute weg. Das fände ich schade, wenn du gar nicht mehr zukommst. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das so geregelt wird. letztendlich wird man es in der Praxis sehen müssen. Kann mir aber vorstellen, dass es funktioniert so. Ja. Florian? Ich bin vorsichtig. Ich meine gelesen zu haben, dass auch die Schuss- und die Nachkampfphase in einer Phase sind, oder? Genau. Das ist dann wie bei The Horror Series Seed. Da haben wir eine Command-Phase, eine Combat-Phase und eine End-Phase. Und ich gehe fest davon aus, dass sie diese Struktur übernehmen, dass wir einfach beides in einer Phase haben. Ja. Ja, denke ich dann auch. Ich bin sehr gespannt. Ich glaube, dass es ein Fehler ist. Also ich glaube, dass Christian da den Kern der Sache benannt hat. Nämlich, dass viele Leute das Gefühl hatten, in bestimmten Phasen nichts machen zu können. Und dass es deswegen doof ist. Deswegen wurde das jetzt zusammengelegt. Zum Beispiel, Orcs hatten einfach keine Kommandophase. Das stimmt, ja. Einmal pro Spiel. Und ich kann verstehen, also Buff-Zauber zum Beispiel kommen da jetzt dann auch, dass das vielleicht auf den ersten Eindruck jetzt so wirkt, als hätten alle Fraktionen in allen Phasen was zu tun. und dass das deswegen besser sei. Ich befürchte aber, dass es dadurch wesentlich einfacher ist, Sachen zu vergessen. Weil was ich aktuell habe, ist eine Liste mit, ich checke, habe ich das schon gemacht? Okay, dann muss ich das jetzt machen. Zum Beispiel, jetzt kommt die Zielphase, jetzt sind meine Psyker dran. Wenn ich aber jetzt eine Armee spiele, wo ich Litaneien habe, ich habe Befehlsfähigkeiten, ich habe Zauberer, ich habe alles, dies und das und jenes. Und dann muss ich eine Sache davon machen. So, keine Ahnung, Doktrinen umstellen oder so. Das muss alles in derselben Phase sein. Dann fällt es mir leichter, davon etwas zu vergessen, glaube ich. Und dadurch, dass wir hier Struktur verlieren, wird das alles etwas chaotischer. Je nach Armee kann das ein Problem sein, denke ich. Und im Endeffekt gewinnen wir nichts. Ich sehe nicht, was wir gewinnen dadurch, dass wir Phasen streichen. Ich sehe eher nur die Wahrscheinlichkeit, dass das etwas unübersichtlicher wird. Genau, deswegen, also überzeugt mich nicht initial, aber natürlich muss man es sehen, und das ist jetzt auch keine Katastrophe. Also ich finde, das soll jetzt auch nicht zu negativ klingen, aber ich glaube, ich glaube, es ist keine gute Designentscheidung. Ich bin mal gespannt. Ich weiß nicht, ob ich es gebraucht hätte, dass sie das rausnehmen, weil ich fand jetzt die Psi-Phase auch nicht schlimm, weil sind wir ehrlich, wie viele Armeen haben eine riesen Psi-Phase? Mir fallen spontan zwei ein. Ich könnte mir vorstellen, dass das aber trotzdem funktioniert. Also das sind halt so Komponenten, die können wir halt nicht einschätzen. Bei auch da wieder, weil das halt sehr stark an Horus-Heresie angelehnt ist, da ist es halt so, dass wir, wenn wir eine bestimmte Psi-Kraft haben wollen, die mit einem bestimmten Charakter verbunden ist. Und Sie haben ja hier schon gesagt, dass die Psi-Kräfte aus den Datasheets stehen. Also es ist zum Beispiel, wenn wir bei den Thunds of Horrors einen Combat-Breaker quasi haben wollen, also dass wir den Gegner einen einzigen Kampf unterbrechen dürfen, dass wir mit irgendwie den Schwertern zuschlagen dürfen, dann müssen wir zwingend Person X mitnehmen, weil nur der hat das. Und deswegen bin ich mal gespannt, weil Sie haben ja schon gesagt, es wird gar keine Spellloss mehr geben. Von daher klingt das für mich schon so, dass es so ist, dass wir sagen müssen, okay, ja, dann muss ich halt das Charaktermodell mitnehmen und dann habe ich aber alle anderen Spells nicht, zum Beispiel. Oder dass meinetwegen die Thousand Suns-Charaktere und die Grey Knights-Charaktere alle einen Zauber haben, aber eben bei den anderen nicht. Oder bei den Eldar meinetwegen, die haben auch alle einen. Das könnte ich mir vorstellen und das hat tatsächlich ganz gut funktioniert, weil du halt beim List-Building schon darauf achten musst, okay, ich habe jetzt die und die Einheit mit, ah, dann muss ich aber auch Charakter XY einpacken, weil der hat den Buff, nehmen wir jetzt mal an, Belial, okay, der hat den Spell, ist der ein Zauberer? Ich habe keine Ahnung. Der hat jetzt den Spell, der nur die Terminatoren vom Deathwing-Buff zum Beispiel. Und das könnte ich mir vorstellen, weil dadurch reduzierst du das auch ein bisschen. Aber das wird sich zeigen halt. Er ist auf jeden Fall kein Psyker. Okay, ja, wie heißt der Psyker von den Dark Engines? Ich habe keine Ahnung. Also, nein. Nee, Ezekiel. Ja, ja. Okay, stimmt. Ja, stimmt, 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 stimmt. Genau. Ansonsten haben sie noch angekündigt, dass es eine große Änderung an Fahrzeugen gibt. Ich glaube, es ist die dritte Änderung in drei Editionen. Und da bin ich gespannt, was ihr davon haltet. Ich habe ja immer gehofft, ich habe alles gekreuzt gehabt, was ich am Körper habe, dass sie bitte wieder Panzerungsprofile zurückbringen für Fahrzeuge, weil das war, das fühlt sich einfach großartig an meiner Meinung nach. Ich weiß, da bin ich relativ alleine mit. Aber sie haben sich jetzt dazu entschieden, vor allem die Toughness von Fahrzeugen massiv hochzusetzen. Ich glaube, sie hatten im Stream ein Beispiel gebracht, dass ein Rhino jetzt eine Toughness von 10 haben wird. Was haltet ihr davon? Florian, fang mal an. Ich finde es großartig. Genau der richtige Designansatz. Was wir aktuell sehen, ist in der 9. und auch in der 8. Edition schon, dass die Werte nicht ausreichen, da ist nicht genug Platz, um zu unterscheiden, sozusagen, was wirklich besser ist. Und ich glaube, das ist genau der richtige Ansatz, um Fahrzeuge nochmal ein bisschen tougher zu machen, weil die hatten ja im Prinzip nicht so richtig eine Sonderrolle. Also im Endeffekt war Infanterie meistens stabiler, weil sie einen besseren Rüstungswurf hatte als Fahrzeuge und irgendwie Läufer oder Knights oder so waren einfach tödlicher und aber auch genauso stabil und so. Und dadurch, dass man halt da die Tür öffnet, sozusagen, den Wert nach oben ein wenig öffnet, halte ich für sehr gelohnt. Finde ich richtig cool. Also ich freue mich drauf, da auch vielleicht mal wieder ein bisschen mehr Panzer zu sehen. Und zwar Panzer, Panzer. Ja. Anschließend dazu, also ich bin absolut deiner Meinung, das trifft genau das, was ich auch denke. Was mich interessiert ist, ob sie die Verwundungstabelle nochmal überarbeiten, dass zum Beispiel ein Bolter nur bis Widerstand 8 verwunden kann und dann nicht mehr. Das fände ich noch einen guten Schritt, weil aktuell ist es ja so, ich sag mal, wenn du mit 30 Grotz den Charge an irgendeinem Panzer schaffst, da wird irgendwann was durchgehen, weil die halt mit ihrem Fuß gegen die Kette treten und da was abfällt. Das sind halt so Sachen, die finde ich so ein bisschen goofy. Also da könnten sie meinetwegen auch nochmal rangehen. Aber da bin ich halt gespannt, wie das kommt. Aber vielleicht bin ich da, wie gesagt, auch wieder alleine. Oder stimmst du mir dazu, Christian? Ne, da bist du alleine, genau wie mit Panzerungswerten. Oh ja. Also ich habe ja Jahrzehnte mit Panzerungswerten gespielt und habe da nie wieder Lust drauf. Daumen runter für die Panzerungswerte, Entschuldigung. Schlimmer als die Panzerungswerte waren die daraus resultierenden, sich auch regelmäßig ändernden Schadenstabellen. Das war eigentlich keine schöne Mechanik. Also jetzt ist es deutlich besser. Ich finde es dann auch den richtigen Schritt, die Widerstandsfähigkeit zu erhöhen, indem man den Widerstand doch dann erheblich anpasst. Also Widerstand 10 ist halt für einen kleinen Transportpanzer ist halt so ein extremer Schritt von Widerstand 7 mit den aktuellen Waffenprofilen, wenn die sich jetzt nicht auch erheblich verbessern. Von daher finde ich das den richtigen Schritt. GW hat aus meiner Sicht sonst immer so ein bisschen das Problem, Fahrzeuge richtig zu gepunkten. Es gibt halt zu viele Fahrzeuge, die viel zu teuer sind, insbesondere wenn sie Transportkapazität haben und dann immer so ein paar Ausreißer, die viel zu gut sind für ihre Punkte. Und da müssen wir natürlich auch gucken, wie da der richtige Schritt in die richtige Richtung kommt. Aber grundsätzlich erstmal eine höhere Widerstandsfähigkeit ist glaube ich schon sehr, sehr richtig. Ja. Was würdet ihr denn generell von der Idee halten, dass so ein Ding in den Rettungswurf kriegt? Ein Fahrzeug. Dafür Infanterie weniger. Die Flut an Rettungswürfen weiß nicht, nervt. Also ich persönlich habe in letzter Zeit sehr, sehr oft gegen Wotan und Festungen gespielt und das macht wenig Spaß. Ja. Was hältst du davon? Achso, sorry. Entschuldigung. Ja, gerade Imir Wotan haben wir einen Viererretter auf der Festung. Und ja. Es gibt genug Armeen, die wir das trotzdem handeln können, aber die, die ich in letzter Zeit gespielt habe, haben das irgendwie nicht geschafft. Selbst die Ironhands nicht? Ne, tatsächlich nicht, weil es mir nichts bringt, mit Multimetern drauf zu schießen gegen so einen hohen Widerstand, gegen ich ignoriere den Schaden, den ich mir aussuche einmal pro Runde und habe immer noch einen Viererretter. da kommen im Schnitt bei zwölf Schuss Melter irgendwie je nachdem, wie dicht ich dran bin, zwischen drei und fünf Schaden raus. Ja, aber Christian, das liegt ja dann an dir. Du schießt ja auch mit Meltern drauf. Spielst du etwa in der Ironhands-Liste nicht? 30 von den neuen Rocket Boys? Ne, die habe ich noch nicht. Aha. Außerdem sind die Putten hässlich. Ich weiß. Ja, Henry, wie stehst du dazu? Fahrzeuge? Ich meine, du als Astra Militarum und Ork-Spieler müsstest doch eigentlich schon Tränen der Freude vollkosten haben, oder? Absolut. Ich bin ein Fan von Fahrzeugen auf dem Feld. Ich habe tatsächlich, wir haben neulich darüber geredet, dieser Kampfpanzer von den Orks. Ich finde, das ist ein super cooles Modell, aber als ich dir jetzt schon erzählt habe, den überlege ich mir mal, hol den mal und du direkt so, ne, lass den schmutz im Laden stehen. Fände ich natürlich schön, wenn sich daran was ändert. Klar, also ich finde das immer nice. Ich generell bin ich ja ein Freund von Armeen, die auf dem Tisch stehen und recht ausgeglichen sind. Also klar, wenn man jetzt Fahrzeuge gerne mag, hat man ein paar mehr Fahrzeuge, aber ich mag einfach, wenn so ein bisschen von allem was dabei ist und das, was man am meisten mag, wenn man unbedingt noch mehr Infanterie möchte, dann sagt man eben noch mehr Infanterie dazu, wenn man mehr, ähnlich wie in Age of Sigmar halt aus meiner Sicht, ne, da kannst du, wenn du möchtest, fette Viecher stehen haben und wenig kleine oder viel kleine und wenig fette, so. Und, ja, diese andere Regel mit diesem, mit diesem, mit dieser Panzerung kenne ich jetzt natürlich nicht, das sagt mir nichts. Oh, die lernst du sehr weit kennen, mein Freund. Spätestens, wenn du dann den Peril Fist abholst. Uiuiui. Na, bin gespannt auf jeden Fall. Und, ja, wie gesagt, wenn Fahrzeuge besser werden, gerne, mehr davon, warum nicht? Also, die sollen natürlich nicht das Nonplusultra sein, da spielen nur noch Fahrzeuge, aber, die ein bisschen mehr zu sehen als bisher war, ist mir auch schon aufgefallen, sind ja was seltener da, aus meiner Sicht. Es gibt halt ein paar Armeen, die spielen aktiv welche. Christian hat ja eben das Beispiel mit Wotan schon genannt, die würden mir einfallen und dann müsste ich schon eher überlegen. Ich meine, Death Guard hat immer noch Plague by Scrawler mit, korrigiere mich, wenn ich falsch liege. Meistens, Rhinos, gut, jetzt weniger, aber war auch relativ lang. Eigentlich schon, schon sieht man da ein bisschen was, dann Imperial Nights und Chaos Nights. Tja, ja, gut. Astra Militarum, Custodes, also es gibt schon einige, die auch Panzer mitnehmen. Chaos Space Rally, solange man sie gut spielen konnte, wegen dem 9er Widerstand, waren auch nicht uninteressant auf den Land Raidern. Ja, aber der Land Raider ist auch bei World Eaters nicht so schlecht, muss ich sagen. Also, ohne die kann es keine Verbundungswürfe wiederholen, Regel würde ich sagen, sind die auch schon nicht mehr so. Nee, klar, das ist richtig, Ja, gut. Aber was nimmt man denn bei den Wotan mit, nur die Transporter, diese Sagittarius, habe ich immer gesehen, sind gut weggegangen. Ein bis zwei Festungen nimmst du auf jeden Fall mit. Also die großen Land Fortresses und ja, Sagittarien kann man, muss man nicht, aber kann man auch ganz gut spielen. Ach stimmt, Sagittarius nicht. Ius, ein bisschen. Ja, aber ansonsten, also ich persönlich war immer ein riesen Fan von den Space Marine Panzern, auch von den Chaos Space Marine Panzern, ich finde die richtig hübsch. Ich habe ja auch ganz viele Predators hier stehen, die ich jetzt inzwischen für die Horocerosie nutze, weil ich bin einfach ein riesen Fan von diesen Kettenpanzern und ich bin mal gespannt, auch zum Beispiel, was sie jetzt aus den Repulsoren und so machen, die fliegenden Panzer, die nicht fliegen können. Das sind halt so Sachen, die interessieren mich einfach bei den Fahrzeugen. Da bin ich mal gespannt, da wird es ja auf dem nächsten Update geben, denke ich. Genau, ich gucke mal, ob wir was vergessen haben. Ach genau, der Armeeaufbau, ganz wichtig. Und zwar, der Armeeaufbau wird sich jetzt massiv ändern und da hat GW jetzt schon angekündigt, es wird quasi keine Detachments mehr geben, denn der Armeeaufbau wird genauso wie bei Age of Sigmas sein, nämlich, dass wir ein Leader im Modell brauchen und der ganze Rest ist Wurst. Gefällt euch das? Gefällt euch das nicht? Ich sag mal, die Blaupause haben wir jetzt schon fast bei dem Arcs of Roman Detachment. Findet ihr das gut, dass es so viel Freiheit gibt? Natürlich die Regel, also die Rule of Three bleibt bestehen, dass wir nur einen Datasheet dreimal mitnehmen dürfen, was auch absolut gut ist. Aber gefällt euch das oder wollt ihr lieber Detachments haben, Henry? Ich finde das, also, bei mir hat sich eh nicht viel geändert, vom Feeling her, muss ich sagen, aber ich bin ja auch nicht kompetitiv dabei. Wie gesagt, ich persönlich habe immer gern so einen Mix dabei, aber die Möglichkeit für Leute, naja, ich finde, es ist immer schade, wenn Einheiten einfach nur gespamt werden, dann hast du da nur eine Einheit, die super gut ist und den baggern die dir alles weg, weil ich finde es halt einfach lame, wenn das Board, da steht immer nur eine Einheit und die kann halt alles, ich finde es einfach langweilig. Aber dass man Freiheit hat, sich das selber so zusammenzustellen mit dem, was man gerne hätte, finde ich auf jeden Fall gut. Bitte macht Bane Blitz spielbar. Kommen wir auch noch zu. Christian, Detachments oder No Detachments? Naja, ich bin ja Jurist, von daher mag ich Regeln, von daher bin ich für Detachments. Ne, ich sage mal, das hat Henry ja schon angesprochen, wenn es genügend Incentives gibt, verschiedene Datasheets zu spielen, und das scheint ja so zu sein, kann von mir aus der Aufbau auch relativ frei sein, aber ich fand jetzt, das Detachmentsystem, insbesondere das Arcs of Own, was ja auch schon sehr frei ist, gar nicht so verkehrt. Hm, ja, Florian. Ja, ich bin, finde ich schwierig zu beurteilen, kommt wirklich auf den Gesamtkontext an. Ich fand das Arcs of Own and Detachment nämlich total kacke, weil das super beschränkend war für Fraktionen, die viele Einheiten haben wollten, Orcs zum Beispiel. Ich hätte das gedacht. Genau, deswegen, also muss man sehen, ich persönlich finde, entweder braucht man strenge Regeln oder keine Regeln, aber Regeln, die für manche Fraktion streng sind und für andere Fraktionen gar nicht, also gar keine Einschränkungen bedeuten, sind natürlich Quatsch, meiner Meinung nach, und aktuell sind wir da, wo es für manche Fraktionen eine Einschränkung ist und für die meisten aber nicht. Das finde ich also nicht so gelungen, das aktuelle System, eine Änderung scheint mir also sinnvoll. Aber mal sehen, eine super Spam-Liste sind wir uns, glaube ich, alle einig, will niemand sehen. Deswegen, mal sehen, wird aber, glaube ich, ganz cool. Also, ich bin eher positiv gestimmt. Ja, muss ich auch sagen. Genau, das sind so ziemlich die Regeln, die wir bis jetzt haben, meines Wissens nach, oder habe ich was vergessen? Bevor wir jetzt nochmal kurz auf den neuen Spielmodus eingehen, der für uns persönlich wahrscheinlich erstmal nicht so interessant sein wird, aber es gibt einen. Gibt es noch irgendwelche allgemeinen Spielsysteme, die ich vergessen habe oder die wir vergessen haben? Ähm, nee, aber vielleicht einleitend für das Thema, was du gleich noch nennen möchtest, weil es ja die große Frage, wie einfach wird es sein, das neue Spiel zu spielen? Insbesondere nicht für Leute, die schon dabei sind, sondern für Neueinsteiger in das Hobby. Und das ist ehrlicherweise was, was mich auch groß interessiert, weil ich einige Leute kenne in meinem Freundeskreis, die sagen regelmäßig, hey, ich hätte voll Bock, das auch mal zu zocken, bring mir das mal bei. Und dann sage ich, kein Problem, nimm dir zwei Wochen Urlaub und dann kriegen wir das hin. Mhm. Das ist natürlich nicht realistisch. Ähm, man kann sich, klar, man kann sich auch reinfuchsen, aber es ist, gerade für Leute, die jetzt vielleicht auch nicht unbedingt aus dem Tabletop oder Rollenspiel oder so Hintergrund kommen, äh, die zwar schon mal einen Würfel gewürfelt haben, aber, ne, äh, nicht so oft, ähm, für die ist das sehr schwierig. Und ich hoffe, erhoffe mir wirklich, dass wir hier einen leichteren Einstieg ermöglichen, weil ich da, ähm, auch Ambitionen habe, Leute in dieses Universum hineinzuziehen. Und das spielt mir natürlich vermeintlich, hoffentlich, in die Carp. Absolut. Ja. Äh, wo du schon dabei bist, wie heißt denn das schöne System, Florian? Das, äh, schöne neue System, äh, das weiß ich gar nicht, wie das heißt. Das ist die Battleforce-Boxen, die gegeneinander spielen. Combat Patrol. Combat Patrol heißt es. Ja. Genau. Ähm, das neue System, Combat Patrol, soll, wie du es schon richtig gesagt hast, äh, für den absoluten Einstieg dienen. Und, äh, das heißt einfach, äh, die Combat Patrol-Boxen, die jetzt draußen sind, beziehungsweise, ich würde fast meine Hand dafür ins Feuer legen, dass in der neuen Edition neue Combat Patrol-Boxen kommen, weil DW genau weiß, dass viele Leute gesagt haben, was ist denn das für ein Schmutz hier, die Box, äh, von meiner Fraktion. Ähm, dass die neu aufeinander abgebalanced werden, dass die alle ungefähr gleich stark sein werden. Da bin ich sehr gespannt, ob sie das hinbekommen. Ähm, und es soll einfach ein Modus sein, du kaufst dir die Box, da sind die Data Cards drin, und du hast ein kleines Regelleft mit drin, und dann geht's ab. Und, äh, man kann mit dieser Box dann ohne Probleme die ersten Spiele spielen, um die Regeln, oder um die Grundregeln des Spiels zu lernen. Ähm, finde ich persönlich eine hervorragende Idee. Ich bin gespannt, wie gesagt, wie das Balancing sein wird, denn wir haben halt auch so Combat Patrol-Boxen, ich gucke hier gerade mal durch, ich meine, die von der Death Guard hatte irgendwie über 30 Modelle? Hm, da war ein Boxwalker mit drin, ne? Genau, und dann haben sie hier die von den Dark Angels, äh, nee, die von den Grey Knights, die hat elf Modelle drin. Ja, Also, ich sehe ja auch das Problem an den aktuellen Boxen, halte ich es für schwierig, aber sie sagen ja, dass sie es schaffen, das zu balanzen, ähm, aber für Einsteiger ist es genau die richtige Idee, weil dann kaufe ich mir halt so eine Box und kann direkt loslegen. Das war ja aktuell theoretisch möglich, aber, sind wir mal ehrlich, äh, eigentlich nicht so richtig sinnvoll. Ja. Zumal, das kommt auch noch dazu, bei den aktuellen Combat Patrol-Boxen nie 500 Punkte drin sind, wirklich. Also, ich kann mich erinnern, dass die Combat Patrol vom Astra Militarum nur umgerechnet irgendwie 340 Punkte hat und wenn ich dann halt gegen 500 Punkte Chaos-Dämonen spiele zum Beispiel oder, was weiß ich, Druckari, hervorragendes Beispiel, die Druckari Combat Patrol-Box ist wahrscheinlich die beste, die sie haben, ähm, ist halt so, ja, weiß ich nicht, also da, da müssen sie zeigen, wie sie das hinkriegen eben. Aber die Frage ist doch eigentlich, brauchen wir überhaupt so ein rigides Balancing bei diesen Einsteigerboxen? Ich glaube nämlich eigentlich nicht, ähm, je, äh, unerfahrener, sag ich mal, die Spieler sind, desto weniger wichtig ist, dass es, ähm, ins Detail gebalanced ist, meiner Meinung nach. Ähm, du musst ja, du willst ja die Regeln lernen und du wirst ja eh, wahrscheinlich zeitnah auf das, ähm, größere System umsteigen. Weil, seien wir ehrlich, wer kauft sich so eine Box und denkt dann, oh, ich kaufe mir nicht noch etwas mehr, äh, große Props an Leute, die diese Wildstärke besitzen, der Zug ist bei mir seit Jahren nachgefahren. Diese eine Person da draußen. Genau, nein, äh, also ich glaube, ich glaube generell soll das ja als Sprungbrett auch gedacht sein. Und ich glaube, dass da so ein, wirklich so ein rigoroses Balancing gar nicht so wichtig ist. Klar, so, Astra Militarum gegen Custodus Starterbox, keine Chance, dann hast du einen Shield-Captain gebaut auf Bike und der alleine nimmt die Astra-Liste auseinander. Das ist natürlich Quatsch. Das sehe ich auch ein, also so ein bisschen muss es schon funktionieren, aber, ähm, ich glaube, ich glaube, dass es weniger große Hürde sein wird mit dem Balancing. Ja, aber es gibt halt eine Frustrationstoleranzgrenze, die, die darf halt wirklich nicht überschritten sein. Sonst schreckst du eher ab mit dem System, als einzuleiten, wo du, wie du, was du ja, wie du richtig sagst, äh, das Ziel sein sollte für GW und auch wohl ist. Ja. Sehe ich auch so, ja. Henry, du als Anfänger, ist das ein System, was du dir jetzt schon gewünscht hättest? Geht so. So sieht Begeisterung aus. Also, ich sag mal so, die Spielgröße 500 Punkte hieß ja auch schon bisher Combat Patrol. Und das kann man ja immer machen. Zur Not ist natürlich, also, sag ich mal, zwei, für zwei komplett neue Leute, die sich zusammen, keine Ahnung, mit ihrem Ryan's Geld in den Laden stellen und sagen, hey, ich finde die Tyrannien cool und der andere sagt, ich finde die Tau toll. Warum sollte man das tun? Wer auch immer das ist, keine Ahnung, Einsteiger, die sich noch nicht auskennen, dann lasst einen Judge die nicht, okay? Auf jeden Fall, die gehen in den Laden, holen sich das, bauen ihren Kram da zusammen und beschießen sich. So, dafür ist das, glaube ich, gut. Aber jemand, ähnliches wie mit unserem Spiel am Wochenende, wo, ne, du hast einen erfahrenen Spieler dabei, die eine Person sagt, also, du könntest dir ja die Combat Patrol kaufen, aber bei Guard sagt dir denn dein erfahrener Kumpel, der dir einmal in Kodex geguckt hat, mit der und der Einheit kämpfst du jetzt auf 500 und ich lasse die und die Einheit weg und bin dann auch auf 500 oder wenn es nicht 500 sind, sondern man spielt keine Ahnung auf 490 gegen 460 oder so, das geht ja. Für so ein Einsteigerspiel ist das ja auch noch in Ordnung. Aber wenn man von so Größen 600, 600, 700, ich weiß nicht mehr ganz genau, was in der Kostodus-Box ist, also gut, das sind jetzt auch die Extrembeispiele, aber Kostodus gegen Astra Militarum und so, das ist ja wirklich ein Job, und ich bin, wenn sie es gebalanced hinbekommen, finde ich den Modus an sich nice. Auch gerade, wenn man, keine Ahnung, auch wenn man einen Anfall hat und irgendwie in letzter Zeit zu viel, weiß ich nicht, irgendein Wikinger-Doku geguckt hat und sagt, boah, jetzt habe ich Bock auf Space Wolves, dass ich aber nicht eine komplette Armee holen möchte, sondern nur mal so ein bisschen. kann man sich diese Combat Patrol holen, anmalen, Anfall vorbei und man hat nicht zu viel Geld verloren. So, dafür finde ich das tatsächlich super sinnvoll, für welche, die, keine Ahnung, gerne viele verschiedene Sachen ausprobieren möchten, wie ich zum Beispiel bei Age of Sigmar jetzt, dass es da die, diese Elfenbox gab, du weißt schon, ich muss ja jetzt nicht ins Detail gehen, dass man ein bisschen Modelle von einer anderen Fraktion hat und die auch im Spiel einsetzen kann. Das finde ich an sich erstmal super. Aber, ja, wie gesagt, muss nicht perfekt gebalanced sein. Ich frage mich aber wirklich, wie sie das machen. Für Einsteiger finde ich die Idee, das Konzept, super. Aber, jetzt nicht das bisherige 500 Punkte größtes Spiel auch getan, keine Ahnung, würde man dann sehen. Ja. Für mich ist das vielleicht so eine kleine Mischung aus Boarding-Actions und aus 40k. Weil ich, also stand jetzt, bin ich der Meinung, dass Boarding-Actions der perfekte Einsteigermodus ist. Ja. Von daher bin ich mal gespannt, wie sehr sich das annähern wird. Denn Boarding-Actions ist ja auch losgelöst von den, wie soll ich sagen, von den Regelarbeiterungen. Also sowas wie die Datasheet, also eigentlich die Dataslates, Punktanpassungen werden mitgenommen, aber die Kodizes werden auch roh gespielt. Das wäre so der einzige Kritikpunkt, wo ich sage, also je nachdem, wie es wird. Also wenn sie jetzt den Kodex-Zyklus so hinkriegen, wie bei Age of Sigmar, dass alles irgendwo fast bei gleicher Spielstärke rauskommt, außer ich gucke auf euch, Gloom-Spring-Gids, dann von mir aus auch mit Buch. Aber wenn es wieder eine Kodex-Spirale geben wird, wovon ich fast ausgehe, dann wäre es für mich sogar noch ein positiver Schritt, wenn sie sagen, okay, pass auf, für diesen Spielmodus gar keine Kodex-Zyklus. Ihr habt eure Regeln online oder meinetwegen in der App oder wie auch immer. Und die haben ein separates Ruleset. Das wäre halt auch nicht schlecht, denke ich. Bei Boarding Patrol sehe ich aber das Problem, dass es schon ein sehr spezielles Gelände braucht, das für Anfänger jetzt nicht so schnell da ist, wenn man sich nicht gerade die Starterbox geholt hat. Ja, das ist auf jeden Fall der größte Nachteil in dem Modus. Das stimmt leider auf jeden Fall. Nicht nur, dass du es kaufen musst, du musst es auch noch bauen und danach noch zufrieden mit deinem Leben sein. Das ist tatsächlich das Einzige, wo ich zustimmen würde. Ansonsten ist es toll, wobei für manche Fraktionen vielleicht ein bisschen döver, weil widersprecht mir gerne, ich bin ja immer noch Anfänger, aber ich habe das Gefühl, Nahkämpfer haben ein bisschen mehr Spaß in dem Modus. Ich wüsste jetzt nicht, was man Tau-mäßig spielen soll, wenn man nicht gerade den freundlichen Farce hat, weil der ja auch ja, ja okay, er ist noch Tau, aber gehört ja irgendwie nicht mehr so wirklich dazu. Und ich habe Hallo, was ist das für ein Spoiler? Ich meine natürlich, er ist voll dabei für das Greater Good, ja. Für das Greater Good, Anna. War das jetzt ein Spoiler für alle, die noch im Jahr 2004 leben? Oder? Ja, nee, eher für das neue Farceit-Buch. Das Farceit nicht für das Imperium kämpft, da wissen wir auch schon. Nee, ach komm, ich mache einfach Spoiler-Warnung, spult mal so 25 Sekunden nach vorne. Ähm, ganz genau. Ja, ja, das habe ich schon mitbekommen, aber er ist auch vorher schon nicht der Good Friend vom Tau Empire gewesen. Nee, das ist richtig, aber ich finde es halt spannend, dass er jetzt halt einfach mit den Eight, das sind ja seine Bros, ähm, dass er mit denen jetzt quasi zu Korn übergelaufen ist und Korn-Dämonen beschwören kann. Ähm, das finde ich halt krass. Digga, Tau Heresy. Farceit-Heresy. Neuer Modus. Neues Spiel. Old World haben sie eingestampft. The Farceit-Heresy. Oh, genau. Ähm, genau, ja, aber da bin ich halt einfach mal gespannt, was sie aus dem Spielmodus machen. Ähm, ich finde es eine gute Sache, je nachdem wie er umgesetzt ist, wenn er so stiefmütterlich behandelt wird wie bisher Combat Patrol, dann weiß ich nicht, aber, ähm, unterstellen wir ihn erst mal positiv ist. So. Der Gedanke zählt. Und der Star. Genau, der Wille zählt. Und am Ende haben sie die Haare schön. Ähm, genau, das wären jetzt erst mal so die Fakten, die wir haben. Und da würde ich jetzt noch mal für die, äh, letzte Zeit quasi in diesen Wünsch-dir-was- oder Diskussionsmodus gehen. Und ich würde einfach mal mit einer steilen These starten. Nämlich Geländeregeln. Äh, ich hab's heute Morgen in der, in unserer, äh, Turniergruppe schon geschrieben. Äh, hier aus Hildesheim und Hannover. Und, äh, war da, glaub ich, relativ alleine mit. Diversität fördern. Das ist für uns als Turnierorgan eine Katastrophe. Das, das seh ich auch ein. Aber findet ihr nicht auch, dass das Gelände dieses Mal ultra langweilig war in dieser Edition? Ähm, es hat mich von Anfang an genervt, so dieses, ja, es muss halt alles nur Ruinen, nur Krater und nur Wald sein und dann möglichst auch keinen Schusswinkel, gar nichts. Ich weiß, warum. Ich hab auch gesehen, was dabei rauskommt, wenn man sichert, jetzt in, auf Adepticon. Aber ich fand's immer super schade, dass halt das Gelände super einseitig war in der Neunten. Ähm, oder wie seht ihr das? Ich frag erst mal meinen Orga-Kollegen, weil ich weiß, dass du, glaube ich, eine andere Meinung hast, Christian. Ja, es ist halt notwendig. Also, ich glaube, es hat ja auch dazu geführt, dass wir sehr, sehr viel MDF-Gelände haben, weil es einfach günstiger ist und weil der Tisch voll sein muss. Ich bin kein großer Fan von MDF-Gelände. Ich find's nicht hübsch, auch wenn man was daraus machen kann, aber es ist auch nicht so einfach aus meiner Sicht. Ähm, aber grundsätzlich hab ich doch gerne darauf gespielt, auch mit den Ruinen und so weiter. Ich fand die Tische auch schön, also es erinnerte mich immer so sehr an Nullerjahre. Gab's mal so einen Szenario-Modus, der hieß Städte in Flammen. Da war das so sozusagen der Traum eines 40K-Spielers, so eine Platte zu haben. Und aktuell sind das die normalen Platten fast, also da war's natürlich ein bisschen schöner, stetischer angeordnet als jetzt, symmetrisch und auf Schusswinkel beachtet. Aber von daher hatte das für mich eine gewisse Ästhetik und mir hat das Spiel darauf in der Regel doch eh sehr viel Spaß gemacht und Planet Bowling Ball, den's ja auch schon in früheren Editionen als Negativ-Beispiel gab, den gibt's halt im Großen und Ganzen selbst auf schlechten Turnieren kaum noch, was jetzt, also schlecht im Sinne von Gelände schlecht. Ja, okay. Florian, das klang eben schon so vor wegen Also ich persönlich bin ein großer Fan von viel Gelände auf dem Tisch. Also ich mag, dass sehr viel Gelände da ist. Es war nicht sehr divers, da stimme ich dir zu. Ich muss aber sagen, es hat sich, glaube ich, also ich bin ein großer Fan der neunten, beziehungsweise der achten Edition, also dieser Spielweise, die wir aktuell haben. Ich glaube, es hat mir noch nie ein Geländesetup besser gefallen, als das, was wir aktuell haben. Okay. Deswegen bin ich eigentlich eher sehr positiv gestimmt, muss ich sagen. Genau, nee, also gehe ich auf jeden Fall nicht mit, mit deiner Steinhentese, das stimmt. Ich persönlich finde es aber auch gut, wenn das Gelände nicht vorrangig ist, in der, also dass man nicht die ganze Zeit nur über das Gelände nachdenkt, sondern vielleicht auch über die generische Armee oder über die eigene Armee. Genau, also ich finde, das Gelände soll genau das tun, was es tut, nämlich es gibt mir Möglichkeiten, aber es beschränkt mich jetzt nicht zu sehr, finde ich. Es ist ja, denn du willst die drei Baneblade-Liste spielen. Ja, ich gebe zu, für sehr große Modelle ist kein Platz, auch der Stomper ist immer noch sehr traurig, aber ich muss auch einfach einsehen, dass wenn ich einen Pfad für den Stomper oder den Baneblade bauen will, dass einfach fast alle anderen Einheiten sich, also dann die ganze Zeit durchgeht offen stehen und mir persönlich ist die Variante, die wir aktuell spielen mit, dann kommen die Super-Heavies halt vielleicht nicht ganz so oft auf die Platte und dafür funktioniert das Spiel insgesamt besser, gefällt mir wesentlich besser, die Herangehensweise. Da kann ich mir empfehlen, einmal im Jahr eine Apokalypse-Schlacht mit allen Einheiten, die man hat, zu machen, dann kann man auch mal alle Super-Heavies, die man im Schrank stehen hat, auspacken. Man freut sich die ganze Zeit, da kann man dann auch das Gelände einfach weglassen, das macht dann auch keinen Unterschied mehr, genau, aber für das, für das wirklich das, besonders im kompetitiven Bereich finde ich es halt einfach großartig. Also ich bin ein großer Fan von dem Gelände und ich mag sogar das MDF-Gelände, weil es immer noch besser aussieht als das, was ich sonst so fabriziere. Okay. Henry, wie stehst du dazu? Und dazu vielleicht nochmal kurz, bevor du antwortest, einen Hinweis. Wir hatten jetzt, wie gesagt, am Sonntag haben wir, also letzte Woche Sonntag, haben wir uns in Hannover getroffen, da mit jemandem, und der hatte eine Platte, die war wirklich richtig, richtig, richtig hübsch. Das war unfassbar. Der hat so eine zerstörte Stadtkarte gehabt, aufgebaut, das hat er selber aus Styrodur gemacht, und hat dann aber auch so Parkanlagen und sowas zerstörte, in Anführungsstrichen, da drin gehabt, wo dann auch Fahrzeuge drin standen oder irgendwelche Barrikaden drin waren, und das war so, wo ich dachte, oh ja, das vermisse ich, solche Karten. Also die war zum Spielen so mittel geeignet, also sie hatte Obscuring Gelände, sie hatte Wälder, sie hatte Krater, aber eben viel, auch noch irgendwelche Plätze, die frei waren, und da hab ich aber gedacht, so, ah, das Auge ist irgendwie auch mit, also mir fehlt das so ein bisschen, weil ich find das nicht hübsch, also ich find es nicht schlimm, mit dem aktuellen Setup zu spielen, ich bin das ja auch gewohnt, genau wie ihr, aber so ein bisschen diese Abwechslung, das find ich cool, also wenn man wirklich so Straßenzüge hat, oder wenn man dann wirklich so Häuserblocks hat, wo man drum rumlaufen kann, oder so weiter, wenn man das da so ein bisschen hintreiben würde, das fänd ich richtig cool, ich hab kein Problem damit, das wieder so zu spielen, wie diese Edition, aber ich fänd ein bisschen mehr Diversität irgendwie cooler, wenn ich ehrlich bin. Also ich würde dir auf jeden Fall zustimmen, die Platte war echt schön, das, und ich mein, wir beide haben an dem Tag Nahkampffraktion gespielt, und ich fand, man hatte trotzdem, wenn man ein bisschen aufgepasst hat und seine Hand nicht ständig rausgehalten hat, finde ich, hatte man durchaus die Möglichkeit, noch an die Ferienkämpfe ranzukommen, hat ja auch geklappt, wir haben gewonnen, ähm, ja, aber, also, ich denke, es geht, äh, ich find's natürlich toll, sag ich mal, das Gelände als, ähm, Spielaspekt zu haben, dass du, als, Kämpfer nicht irgendwie groß im Nachteil bist, ähm, deswegen, also, da eine gewisse Regelmäßigkeit drin zu haben, ich seh auf jeden Fall den Sinn dahinter, gerade im Moment, wo eben viel Schaden im Spiel ist, ähm, aber ich find's halt einfach schade, ich weiß, dass es persönlich ist Pech, mi, 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 aber ich find's halt einfach schade, dass Baneblade momentan halt, ja, dass es sich nicht gut anfühlt, den zu spielen, ich will nicht sagen, es ist nicht spielbar, weil klar, kannst du mit Baneblade spielen, aber es fühlt sich einfach nicht toll an, und, ähm, irgendwie aus persönlicher Sicht hätte ich da gerne, natürlich eine andere Sicht, weil ich den einfach gerne mitnehmen würde, aber ansonsten find ich's eigentlich auch, ich seh da jetzt sonst nicht groß vielen Nachteile an dem Gelände im Moment. Mhm. Einfach mal, äh, ich wurde von meinem besten Freund gebeten, das mal heute mitzubringen und mal eure Meinung zu erfragen, es gibt ja bei Warcry diese Karten, wo ein festes Geländesetup, äh, vorgegeben ist, ähm, die man zieht, da ist jede Karte, die man zieht, mit einem anderen Geländesetup verteilt. Würdet ihr sowas begrüßen, wenn GW einfach sagt, okay, pass auf, wir haben hier acht verschiedene Geländesetups und die werden dann entsprechend der Mission zugelost, äh, würdet ihr sowas begrüßen oder würdet ihr sagen, äh, dann ist es ja wahrscheinlich so, hm, ähm, fang mal an, äh, Florian. Ne, find ich nicht gut. Also das würde halt, ähm, so ein bisschen die Kreativität, ähm, reduzieren. Also im, im Turnierbereich sehen wir sowas ja im Prinzip auch schon, ne, da haben wir meistens ja festgesetzte Terrain-Sets, äh, zumindest auf den etwas größeren Turnieren und, ähm, für ein Turnierspiel finde ich das gut, aber, ähm, ich sehe nicht die Notwendigkeit, ähm, für, ich sag mal, auch für Matchplay oder ein narratives Spiel, ein Narrativ ist ja sowieso komplett frei, aber auch für Matchplay, ähm, zu Hause mich da so Beschränkungen zu unterwerfen. Halte ich nicht für notwendig, ich sehe aber auch aktuell nicht so ein großes Problem mit dem Gelände, ehrlicherweise. Hm. Christian? Hm, sehe ich so wie Florian. Das Einzige, was ich noch ergänzen kann, ist, dass ich, äh, sowieso nur, äh, nach Geländesetups in irgendeiner Art und Weise spiele, äh, aber ich finde es halt gut, dass es da verschiedene gibt und ich mich dann auch immer noch daran orientieren kann, welches gefällt mir jetzt am besten. Das ist das von Alliance Armory, ist das von Breaking Heads, vom Bumble Cup, von wem auch immer und da, dass ich halt zwar schon aus festen Setups was aussuchen kann, aber dann doch immer noch dem Stand des Spiels entsprechend die richtige Menge an Gelände, je nach Setup, wie er dann aussuchen kann. Hm, ja. Henry, wie siehst du das? Du warst ja dabei, als er das gefragt hat. Naja, für Turniere macht es auf jeden Fall Sinn und, ähm, also generell festes Setup und dann auch so ein bisschen Abwechslung reinzubringen, dass es nicht immer genau das eine ist, sondern wenigstens ist auch immer die Frage, wie viel verschiedene man denn zur Auswahl haben könnte. muss man dann auch noch bedenken, aber an sich so für Turniere finde ich es auf jeden Fall sinnvoll, fände ich eine coole Idee, man kann es auf jeden Fall mal ausprobieren, wenn es nicht funktioniert, dann ändert man es halt wieder und für so Casual-Spiele zu Hause ist ja eh egal, also da muss man ja im Zweifelsfall nicht mal losen, sondern man sagt sich einfach, man einigt sich einfach vorher, hey, das fände ich heute schön, aus den und den Gründen, lass doch mal das machen oder man macht einfach komplett was anderes oder keine Ahnung, man nimmt einfach das, was man hat, also keine Ahnung, ist ja jedem selbst überlassen, also ich glaube letztendlich spielt das wahrscheinlich keine so große Rolle. Man muss dazu sagen, dass GW einerseits nicht die beste Quelle für Regeln ist, das haben sie über lange Jahre bewiesen, das heißt, die Community erschafft meistens bessere Regeln als GW selber, das heißt, da von GW so ein Setup halte ich nicht unbedingt für sinnvoll und zweitens, wenn GW so ein Setup baut, dann verflechten die das meistens auch mit irgendwelchen Regeln, sodass man eben doch nicht mehr ganz frei daran ist, sich das auszusuchen oder nicht, deswegen mein Favorit wäre, wenn die die Finger davon lassen. Und dann muss man noch dazu sagen, dass ihr aktuelles Gelände eigentlich zum großen Teil kaum brauchbar ist für das aktuelle Spiel und auch das würden sie dann wieder versuchen, irgendwie dann in dieses System reinzukriegen. Das mit diesen Geländeplatten mit den großen Bases? Ja, nicht nur das, was, ich weiß gar nicht, was sie aktuell noch so verkaufen, aber ich erinnere mich noch sehr gerne an das Mechanicum Gelände, was ja, ich glaube, jetzt nicht mehr aktuell ist, aber außerhalb von Killteamen konnte man das eigentlich nie benutzen. Wunderschön, aber völlig unbrauchbar, fast alles Gelände von Games Workshop. Auch das Snugment Gelände, diese Kommandozentrale, die sah mega nice aus, aber die war halt völlig unbrauchbar für 40k leider und dann haben sie die ja irgendwann relativ schnell nach dem Release schon bei Killteam mit reingeworfen, weil sie halt einfach drauf sitzen geblieben sind. Oder diese Schützengräben. Ja, genau. Grauenhaft zu bespielen, grauenhaft, wirklich das schlechteste Gelände, was man bauen kann. Ja. Fürs Spiel. Optisch wundervoll. Ja, ja. Genau, der Tidewall von den Tau ist halt auch so ein Ding. Das habe ich, glaube ich, noch nie auf einer Platte gesehen. Tja. Genau. Okay, das... Jetzt, wo du es sagst, ist mir auch gerade so aufgefallen. Das stand auch, glaube ich, immer noch, obwohl das vor längerer Zeit rausgekommen ist, stand das auch immer noch länger in den Läden. War meine Beobachtung. Oh, hier haben wir jemanden mit internen Infos. Ja, kommen wir mal schnell weiter. Ähm... Henry, machen wir weiter. Was wäre denn so dein großer Wunsch für die 10. Edition? Was sie vielleicht ändern, was sie vielleicht beibehalten sollen oder überhaupt irgendwas völlig frei aus der Luft gegriffen ist? Ähm... Da brauche ich, glaube ich, ein bisschen länger. Mach ruhig erst mal den nächsten... Ich habe da tatsächlich mir bisher noch viel Gedanken drüber gemacht. Okay. Dann Christian, rette die Situation. Also für mich wäre es wichtig, wenn sie so den allgemeinen Status des Spiels, den die 9. Edition gebracht hat, irgendwie am Leben erhalten, weil so balanciert im Großen und Ganzen, wie es jetzt war, war es aus meiner Sicht nie. Ähm... Und das Spiel hat auch mit vielen Fraktionen immer noch Spaß gemacht, selbst mit denen, die nicht so gut dran waren. Und wenn sie das erhalten können und nicht durch jetzt so einen Komplett-Reboot wieder dahin verfallen, dass wir erst mal sehr, sehr große Fraktionsunterschiede haben. Also noch größere als dies, die es jetzt immer noch gab. Aber im Großen und Ganzen, wie gesagt, fand ich das Spiel in seinem aktuellen Status doch mit das beste 40k, was ich je gespielt habe. Kann das nicht aber auch einfach Stand jetzt auch daran liegen, dass einfach alle Kurde Cs draußen sind? Naja, solche Situationen gab es schon immer mal, aber ich weiß nicht, es gab zu oft zu starke Fraktionen und das haben sie jetzt auch immer relativ zeitnah angefasst, auch wenn es seine Nachteile hat, die haben wir auch alle in anderen Podcasts schon besprochen, wenn alle sechs Monate so ein neues Szenario-Setup und neue Regeln kommen oder etwas grundlegend oder nicht so grundlegend ändern. Aber dadurch war es halt immer, dass zu gute Fraktionen angepasst wurden und das hat mir sehr gut gefallen. Okay. Florian? Ich hatte es eben schon ein bisschen anklingen lassen, also ich wünsche mir, dass der Zugang zum Spiel, gerade für Neueinsteiger, also Menschen, die neu dabei sind, dass das leichter wird oder Menschen, die interessiert sind. Das ist auf jeden Fall meine große Hoffnung für das Spiel und genau. Also ansonsten, hättest du mich vor dieser Release-Welle gefragt, hätte ich gesagt, meine Hoffnung ist, dass sie das Spiel nicht zu krass versimplifizieren. Das scheint aber jetzt, was wir sehen nach den allerersten Ankündigungen, scheint nicht der Fall zu sein. Deswegen, da bin ich beruhigt. Den Wunsch kann ich quasi streichen bei meiner Wunschliste. Und ansonsten kann ich mich da aber auch Christian noch anschließen. Ich finde den aktuellen Game-State wirklich super gut, so gut wie noch nie, bin ich auch der Meinung und habe ein wenig, also ich bin eigentlich ziemlich sicher, dass sie das in der 10. Edition wieder über Bord schmeißen. Die Indexzeit am Anfang wird super und sobald dann so drei, vier, fünf Code-C's draußen sind, ist alles wieder im Eimer. Ganz sicher, weil das kann gar nicht anders sein. Das funktioniert das Konzept mit den Code-C's leider. Deswegen, ich würde mir wünschen, es wäre nicht so, aber da sind meine Aussichten leider tiefschwarz. Okay. Wieder ein Kaffee. Ah. Oh. Henry, hast du was gefunden oder soll ich zuerst? Also, Balancing natürlich, kann ich mich nur anschließen, dass das angenehm bleibt, wäre natürlich wünschenswert, auch den Einstieg für neue Leute. Ich habe auch einen Kumpel, den überrede ich immer schon mal wieder, aber er meint zumindest auch, dass er bis Sommer warten will, bis zur neuen Edition. Muss er selber wissen. Ah ja, ich finde es auf jeden Fall schön. Ich finde neue Miniatur nochmal gut, aber ich finde es gut, wenn einem das leichter gemacht wird, die behalten zu können. also so andere Basegröße, okay, können wir vielleicht noch mitarbeiten und ich verstehe auch, dass man neue Sachen verkaufen will. In der Regel denke ich mir aber immer, schafft man das allein schon dadurch, dass die neuen Sachen einfach besser aussehen. Ich finde es nett, wenn den Spielern, die ihre Figuren halt eben schon haben, da Zeit reingesteckt haben, mit denen schon auf Turniere gegangen sind, bla bla, dass sie denen halt bleiben können und dann sie die nicht ersetzen müssen. Und Lore-mäßig fände ich es cool. Also klar, Space Marines gerne. Die sollen jetzt nicht abgeschafft werden, so soll das jetzt nicht klingen. Aber gerade das mit dem Chaos gegen Tau zum Beispiel, klar sind da auch Chaos Space Marines in dem Fall dabei. Aber jetzt hier dieses Far Side Buch, was man bisher... Ja, Spoiler Part. 25 Sekunden Spielen. Nein, 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 das ist ja gar nicht unbedingt Spoiler, aber auch von der Hintergrundgeschichte, dass einfach mal eine Xenos-Fraktion mehr in den Vordergrund gerückt wird. Jetzt mal abgesehen vom Spiel zum Beispiel, es gab ja damals dieses Fire Warrior, hieß das glaube ich, dieses Tau-Spiel, wo du, was so ein bisschen ähnlich wie Halo aufgebaut war. Man hat halt einfach... Oh ja, ich erinnere mich. Genau, man hat halt einen Tau gespielt, aber auch wenn es in dem Spiel eigentlich um die Tau ging, war am Ende der Krasse, der den Tag gerettet hat, wieder irgendein Ultramarine und ich finde es einfach mal cool, wenn Xenos auch ein bisschen... Weil Space Marines sind toll und Space Marines haben viel Lore, aber ich finde, auch andere haben ein bisschen mehr Lore verdient und wenn man da ein bisschen mehr, wenn auch mal Xenos ein bisschen Liebe abbekommen können, da würde ich mich drüber freuen. Hast du schon mal Shooters Blood and Thief gespielt? Nee, das haben wir gerade nix. Das ist ein Metal Slug-Shooter, es ist komplett off-topic, aber das muss raus. Das ist ein Metal Slug-Shooter, wo du ein Org-Boy spielst, der mit den Arbeitsbedingungen mit seinem Boss nicht zufrieden ist, dann seinen Boss umnietet und dann anfängt, seinen eigenen Wark zu gründen und irgendwann vom Planeten abzuhauen, um die Galaxis zu beherrschen. Das ist großartig. Metal Slug-Shooter sind eigentlich immer ganz angenehm zwischendurch. Das ist richtig witzig und das ist halt mit Warhammer-Orgs. Das ist ziemlich cool, haben die die offizielle Lizenz? Ja. Krass. Okay, dann muss ich mir das echt mal angucken. Und du hast Squigs, die du auf den Gegner werfen kannst und die verbeißen sich dann im Bein und dann werden die langsamer oder denen fällt ein Bein ab oder sowas, das ist richtig witzig. Weißt du, Squigs? Ich glaube nicht, nein. Aber wie gesagt, gerade Tau, ich glaube, mit Tau kann man tatsächlich sehr viel machen, Lore-mäßig. Tyranniden sollten jetzt auch im Vordergrund rücken, aber zugegeben, bei den Tyranniden ist jetzt keiner dabei, der einen guten Monolog halten kann. Das war auch so ein Ding, was ich mir überlegt habe oder vielleicht, das würde mich jetzt mal auch von euch interessieren. Findet ihr Tyranniden einen guten Bösewicht für die Edition? Weil ganz ehrlich, Tyranniden sind eine Bedrohung, aber du hast irgendwie nichts, mit dem du relaten kannst und die haben auch wenig bis gar keine Lore, meiner Meinung nach. Also, ich weiß, du hast, meine ich, schon mal gesagt, dass du Tyranniden-Charaktere doof findest, weil, das ist ja ein Hive-Mind. Genau. Ich denke mir an der Stelle immer, kann, also, ist so, ist ein Fakt. Da ist jetzt kein, der Swarmlord sagt jetzt nicht, haha, ich bin der Swarmlord, ich bin gekommen, um diese Welt zu unterwerfen. Aber, ich meine, das kommt dann mehr davon, dass die, zum Beispiel, die Imperiumsmitglieder oder keine Ahnung, wie Wotan oder Necrons, die denen begegnen sollten, die dann halt öfter mal sehen und denen den Namen geben. Vielleicht ist das sogar eine andere Inkarnation von demselben Viech, aber in dem Sinne fände ich es jetzt nicht verwerflich, habe ich vielleicht auch selber vor, meinen Tyrannien-Charakteren solche Namen, solche Spitznamen zu geben, die denen einfach, ja, von anderen Völkern dann gegeben wurden, die selber nehmen sich vielleicht nicht, als die war, aber andere, und darum geht es dann vielleicht in dem Fall, aber du hast recht, in dem Fall geht es dann auch wieder um andere, die selber, naja, vielleicht, vielleicht erweitern sie die Lore und da kommt noch mal mehr dazu, man weiß es nicht, aber motivationsmäßig sind die halt wirklich mehr nur so, wir essen gerne. Ja. Christian, du hattest eben auch angesetzt. Ja, genau, das gleiche, und bis jetzt ist es ja auch ganz interessant, dass es da noch so viel gibt, was man nicht weiß, wie im Dunkeln des Universums, was da noch alles auf uns zukommt, aber ich würde jetzt nicht behaupten, dass die keine Lore haben oder wenig. Okay. Florian? Also ich mag diesen Cosmic Horror-Ansatz eigentlich ganz gerne, dass sie so unnahbar sind, weil nicht nachvollziehbar, weil halt nicht menschlich sozusagen. Ich verstehe die Kritik aber, dass da das weniger zu personalisieren ist, aber ich sehe da auch viel Potenzial. Also ich glaube, da könnte noch viel dran geschehen. Ist halt die Frage, ob es passiert, aber also der Vergleich, der sich mir aufdrängt, ist auf jeden Fall Starcraft und mit der Königin der Klingen haben wir eine fantastische Charakterentwicklung. Kerrigan ist cool, ja. und ich glaube, man bräuchte ja nicht viel, aber man bräuchte ein bisschen was. Das sehe ich auch so. Aber andererseits, also ich lege, also wenn wir uns das Lovecraftian Cosmic Horror-Universum angucken, das funktioniert auch gut und das sind auch alles nur völlig unnahbare, göttliche Wesen sozusagen. Ich finde das cool, dass wir eine Bedrohung haben, die nicht, also die vielleicht sogar eine realistische Bedrohung ist und keine Ahnung, ein Org-War, klar wird manchmal gesagt, stürzt beinahe das ganze Universum oder das ganze Imperium der Menschheit, aber es ist immer so ein bisschen far-stretched und bei einer Tyranien-Bedrohung haben wir halt einen Antagonisten, der halt auch realistisch, ohne Probleme eine übermächtige Macht sein kann. Das finde ich eigentlich ganz cool. Also ich glaube, das viel Potenzial, dein Kritikpunkt ist da, sehe ich, aber könnte man auf jeden Fall auch was mitmachen. Okay, schauen wir mal. Aber natürlich Orgs wären der bessere Antagonist, keine Frage. Auf jeden Fall, Alter. Org-Invasion auf Terra. Zack. Boom. Aus Versehen hin teleportiert. Sehr spannend. Irgendein Mech-Boss hat einfach einen Teleporter erfunden, der den ganzen Wark auf einmal vor dem Imperialen Palast teleportiert. Zack. Da ich mich ja mal frage, wie die da atmen. Mit ihrem Glauben. Sie müssen nur fest daran glauben, dass sie atmen können und dann können sie atmen. Okay, okay. Mein Fehler. Ja. Genau. Dann würde ich noch eine letzte These in den Raum geben, weil ich sehe, wir steuern schon hart auf zwei Stunden zu und wie mir jetzt gerade auffällt, das mache ich jetzt hier live, das nervt mich gerade ein bisschen, dass Zencaster jetzt ein Zeitlimit hat von zwei Stunden. Oh, oh. Oh. Das ist, glaube ich, neu. Und zwar, letzte These von mir oder letzte Frage. Wie steht ihr zu verallgemeinerten Regeln, wir wissen, dass die kommen, die bei allen Fraktionen gleich sind? Das war am Anfang bei Kejim so, das haben sie jetzt verkackt mit den letzten beiden Büchern. Und zwar, dass bei Age of Sigmar haben wir es zum Beispiel, dass wir eine Rettung haben, das ist halt ein Phenopain und der ist grundsätzlich erstmal 6+. Es sei denn, wir haben den Relikt, es sei denn, wir haben, was weiß ich, einen Zauber, der das drückt, aber grundsätzlich haben alle Fraktionen, wenn von Rettung gesprochen wird, erstmal 6+. Punkt. Oder wir können ein Modell wiederbeleben. Wir hatten das am Anfang unserer Codex-Zyklus hier in der 9. Edition so. Space Marine Apothecary Dude konnte einen wiederbeleben und wenn er ein Dingens war, durfte er einen zweiten, aber dafür haben wir Punkte bezahlt. So, damit kann ich voll leben. Jetzt haben wir inzwischen den Votan-Kodex, wo es heißt, ja, du hebst übrigens drei Modelle wieder auf, weil einfach random so ein Mediziner mit in deinem Trupp ist. findet ihr, dass da die Regeln gestreamlined werden sollten, dass es einfach heißt, okay, pass auf, du darfst wiederbeleben, alle Bücher haben die gleiche Fähigkeit, was wieder zu beleben, wenn sie eine Medic dabei haben, weil durch bestimmte Armeekonzepte einfach die Armeen unterschiedlich sind oder auch Reaktionen, wie auch immer. Oder sagt ihr, nee, das muss so sein, dass jeder, das was sich ein Zwergen tut, einfach besser wiederbelebt, weil der hat, keine Ahnung, einen Handbohrer, mit dem er dir ins Herz bohrt und du wiederbelebt wirst, keine Ahnung. Florian? Geteilt tatsächlich. Also, ich finde schön, wenn wir so Universal Special Rules haben, wo die Mechanik immer gleich ist. Also zum Beispiel, aktuell haben wir Redeploy-Fähigkeiten nach der Aufstellung, wenn bekannt ist, wer anfängt. Und dass aktuell da drei verschiedene Fraktionen, drei verschiedene Umsetzungen mechanisch dieser Regel haben, zum Beispiel das Orgs redeployen, bevor man weiß, wer anfängt und andere Fraktionen danach, das ergibt keinen Sinn, weil das teilweise dadurch die Fähigkeit unbrauchbar macht oder eben, naja. Das heißt, sowas zu Streamlinen finde ich gut. Ich bin aber der Meinung, dass man trotz Streamlinen, also zum Beispiel einen Feel-No-Pain, da unterschiedliche Stärken ansetzen kann. Also ich finde es trotzdem okay, wenn eine Fraktion einen Vierer-Feel-No-Pain hat und einen anderen einen Fünfer-No-Pain. Das muss natürlich gebalanced werden und ins Armee-Konzept passen. Ich sehe nicht, warum der Zwerg drei Modelle wiederbeleben kann, aber ich sehe zum Beispiel, warum der Gene-Stealer-Cult-Spieler W6-Modelle von den Iconboards kriegt. Wenn der jedes Mal nur ein Modell wieder aufhebt, kannst du das auch einfach gleich bleiben lassen bei dem T3-Einleben, T-Shirt-Safe-Modellen. Nein, deswegen ich bin ein großer Fan von Universal Special Rules. Nehmen wir ehrlich, wir haben alle mit denen gespielt. Jeder hat Deepstrike und Feel-No-Pain gesagt. Niemand hat etwas anderes gesagt. Und deswegen, also finde ich gut, dass das kommt. Ich halte es aber trotzdem für sinnvoll, da nochmal nach Armee auch zu unterscheiden von der Stärke oder von der Umsetzung. Nur mechanisch sollte es eben gleich sein, auch damit weniger Feel-Bad-Momente da sind. Also wenn man erwartet, dass eine Regel so funktioniert, weil sie immer so funktioniert, dann funktioniert sie fast genauso, aber ein klein bisschen anders und das kann alles ruinieren sozusagen. Guter Punkt, ja. Christian, wie siehst du das? Bin ich hundertprozentig bei Florian. Fight and Death ist ja auch so ein Beispiel, wo es mittlerweile drei oder vier verschiedene Varianten gibt. Das ist halt absolut nicht nachvollziehbar auch an einigen Stellen. Von daher, ich sehe es genauso, so wie Florian wirklich komplett unterstreichen, was er gesagt hat. Ja. Henry. Ja. Kein Nächster. Also, was soll ich da noch kurz zu sagen? Das sehe ich auf jeden Fall genauso. Ich erinnere auch wieder aus Sicht von wem neu ist, auch in anderen GW-Systemen war es ja immer so, wenn du, wenn ich jetzt auf dem Turnier war und da spielst du vielleicht mal gegen eine Armee, gegen die du noch gar nicht oder noch nicht so oft gespielt hast, dann hast du da eine Einheit, die du nicht wirklich kennst und der Gegner musste erklären, was die kann. Was heißt denn dir? Heißt denn vielleicht irgendwie besonders bei dem einen heißt sie super krasser Wille der Ära-Baren und bei dem anderen heißt der krasser Zorn von Hannes und dann bist du ja, okay, was macht das jetzt? Ja, das ist Fight and Death. Und es werden wirklich, wie schon gesagt, es werden immer diese Begriffe benutzt. Ich habe auch gelernt beim Moro-Seresi gucken, was Fear No Pain ist und wenn gesagt, wenn ich was nicht gecheckt habe, wurde mir einfach gesagt, ja, es ist Fear No Pain, war ich, ah, okay, das ist das. Also was das angeht, finde ich auf jeden Fall sinnvoll, dass es bei diesen ganzen Sachen unterschiedlich zwischen den Armeen gibt, dass unterschiedliche Armeen, unterschiedliche Einheiten unterschiedlich gut sind in dem, was sie tun, kann deren Identität ausmachen, das finde ich richtig und gut, natürlich, aber Begrifflichkeiten kann man von mir aus gerne beibleiben. Das macht es auch für neue Leute, denke ich, leichter, wenn du nicht tausend verschiedene Wörter lernen musst und irgendwie ein paar Vokabeltests bestehen musst, bevor du richtig mitmachen kannst. Ja, finde ich gut. Genau, einen letzten Wunsch habe ich noch und zwar, dass die Custodes-Range nicht aus dem Spiegel löscht wird, was manche jetzt denken würden, sondern, dass die doch bitte endlich ihre Plastik-Kits kriegen und dass der Custodes-Kodex mal als eine... Custodex, ja. Dass der bitte als eins mal funktioniert und dass die nicht eine halbe Range noch bei Forge World haben und eine halbe Range in ihrem Buch haben, wo dann die Hälfte nur drin ist an Einheiten. Ja, bitte. Weil die fühlen sich einfach für mich nicht so an, als wenn die schon hundertprozentig im Forte-Kage angekommen sind. Ich glaube, da werden viele Custodes-Spieler auch sagen, ja, bitte Plastik und ja, bitte alles in einem Buch. Ja. Okay. Einen letzten Wunsch haben wir natürlich alle noch, denn wir wissen, oder wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann lasst uns doch gerne die verdiente Fünf-Sterne-Bewertung bei Apple, bei Spotify, bei Deezer und wie sie alle heißen da. Abonniert den Kanal, wenn ihr das auf YouTube gehört und gesehen habt. Aktiviert die Glocke, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt und schreibt uns unbedingt mal in die Kommentare, was ihr von den aktuellen Ankündigungen der 9. Edition von One of FortiKai haltet, was ihr euch wünschen würdet, das würde mich auch sehr interessieren. Habt ihr besondere Punkte, die ihr gerne anders sehen würdet oder wo ihr sagt, mein Gott, was habt ihr da für einen Quatsch erzählt? Das ist natürlich hier so. Lasst uns das auf jeden Fall wissen und genau, wenn ihr den Kanal unterstützen wollt, dann, ihr kennt die ganze Schose, schaut gerne bei Steady vorbei, schaut gerne oder kauft gerne über den Affiliate-Link bei Pickup Pro ein, damit wir da ein bisschen was von abbekommen und hier das Projekt am Laufen halten können. Genau. Und ja, dann würde ich sagen, sind wir mit unseren üblichen Worten raus. Tschö mit Ö, tschau mit V und bei mit Ei. Tschau. Tschö, tschö. Bis dann. Wir sind raus. Tschö. 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 Tschö.